Volker Kriegel, der Rock'n'Roll-König Der König liebte den Rock'n'Roll über alles in der Welt. Oft saß er nachts allein in seinem Thronsaal und spielte auf seiner wertvollen alten Martin-Gitarre die unvergänglich schönen Songs von den Beatles und den Stones. Fool on the Hill war noch immer sein Lieblingslied und er sang es mit seiner angenehmen Stimme, nicht zu laut, oft mehrmals hintereinander. Dabei konnte es schon einmal passieren, dass dem König bei der Stelle Sees the sun going down and the ice in his head, see the world spinning round, wo sich der volle A-Dur-Akkord über dem B-Dur erst nach C-Moll auflöst, dann aber gleich ein überraschendes C-Dur nachfolgt. Die Grundstimmung bleibt trotzdem zögernd in der Schwebe. An der Stelle mit dem Sonnenuntergang jedenfalls, rollte dem König manchmal eine kleine Träne in dem Bad. Eigentlich war der König ziemlich musikalisch. Er verfügte nicht nur über die bereits erwähnte, recht wohlklingende Stimme, die, wie sein musikalischer Lehrmeister Pater Michael manchmal zu sagen pflegte, der Stimme Paul McCartneys irgendwie entfernt ähnelte. Der König hatte sich darüber hinaus im Lauf der Jahre recht ordentliche Kenntnisse über Harmonien und Akkorde angeeignet. Er besaß ein außergewöhnlich gutes Gedächtnis für Songtexte und über sämtliche Neuerscheinungen auf dem Plattenmarkt war er stets bestens informiert. Sein Gitarrenspiel war vielleicht nicht gerade virtuos, aber allemal gut genug, um normale Rocknummern zu begleiten. Fairerweise muss auch gesagt werden, dass sich die musikalischen Neigungen des Königs keineswegs nur einseitig auf lyrische Balladen und wehmütige Songs beschränken. Im Gegenteil, in der richtigen Stimmung konnte er ganz schön kernig losfetzen. Trotz allem aber war der König sehr unglücklich. Es gab da ein Problem, das ihm mehr und mehr zu schaffen machte. Der König hatte nämlich rundheraus gesagt ein äußerst beschissenes Timing. Oder anders ausgedrückt, es mangelte dem armen König an einem elementaren Gefühl für Rhythmus. Und ein geradezu abartiges Verhältnis hatte er zu den Pausen, wenn er ein ganz schlichtes Lied sang, beispielsweise I can't get no satisfaction. Dann kippte er spätestens bei der kleinen Pause zwischen I can't get no und satisfaction hoffnungslos aus dem Takt. Und fast nie gelang es ihm, jemals wieder den rhythmischen Anschluss zu finden. Nun war die Unfähigkeit, mit den Pausen wichtig umzugehen, leider nicht der einzige Hang-up des Königs. Er hatte außerdem die schlechte Angewohnheit, immer dort den Rhythmus zu verlangsamen, wo es einen etwas schwierigen Akkord zu greifen galt. Andererseits aber zügig das Tempo zu beschleunigen, in jenen Passagen, die ihm locker von der Hand gingen. Trotz seiner gesellschaftlichen Stellung war der König ein kritischer und sensibler Geist. Er wusste nur allzu gut, wie sehr es beim Rock'n'Roll auf einen bombensicheren Rhythmus ankommt. Die ganze Angelegenheit wäre ja auch weiter nicht schlimm gewesen, wenn der König lediglich nachts für sich allein musiziert hätte. So richtig peinlich darüber war sich der König völlig im Klaren, wurde es ja immer erst an den Samstagabenden, an denen er mit der Hofband für das große Open-Air-Konzert übte, das Anfang September im Schlosshof stattfinden sollte. An dieser Stelle müssen wir unsere Geschichte kurz unterbrechen, um zunächst einmal die einzelnen Bandmitglieder vorzustellen. Beginnen wir mit der Rhythmusgruppe. Am Schlagzeug sitzt Harvey Heavy Metal Block, ein ruhiger Mann mit langjähriger Erfahrung. Harvey Block hatte schon bei dem verstorbenen Vater des Königs als Henker gedient. Nun genießt er die Freuden des Ruhestands, denn seit dem Amtsantritt unseres jetzigen Königs ist die Zahl seiner beruflichen Einsätze stark zurückgegangen. Den Ebers spielt Prinz Jakob, ein entfernter Neffe des immer noch unverheirateten Königs. Jakob ist bei allem Talent ein etwas merkwürdiger junger Mann. Am Hof gibt es Stimmen, die glattweg behaupten, er sei total bescheuert. Außer seinem Bass und den Shitpflanzen hinter der Borgmauer hat Jakob kaum etwas im Sinn. Wenn man einmal davon absieht, dass es in jüngster Zeit immer öfter zu sehnsüchtigen, von schweren Seufzern begleiteten Blicken, in die schönen Augen des Burgfräuleins Marie Johanna gekommen ist. Marie Johanna ist Sängerin. Ursprünglich aus der Volksszene stammend, hatte sie während ihrer Gesangsausbildung im Nonnenkloster plötzlich eine tiefe Seelenverwandtschaft zu Janis Joplin entdeckt. Vor einem halben Jahr etwa ist sie dann in der Rockband des Königs gelandet. Das Burgfräulein weiß genau, dass sie in dieser Kapelle niemals die große Hauptrolle spielen wird. Schon deswegen nicht, weil der König ja selber ein ganz brauchbarer Sänger ist. Von seinem rhythmischen Hänger mal abgesehen. Aber als Durchgangsstation, als Sprungbrett, könnte dieser Job eigentlich ganz nützlich sein, denkt Marie Johanna. An der Hammond-Orgel sehen wir den bereits erwähnten Pater Michael. Einen wortgewaltigen Freund schöner Harmonien und auch schöner Frauen, wie man sich am Hof erzählt. Dieser ehrwürdige Meister der Harmonielehre kam ursprünglich aus dem Baltischen. Und keiner weiß so recht, was ihn an den Hof verschlagen hat. Auf seine alten Tage ist er etwas schrullig geworden. Manchmal will es scheinen, als sei er in eine heitere Art von innerer Immigration eingekehrt, was natürlich mit den musikalischen Zuständen bei Hofe allerhand zu tun hat. Wenn Pater Michael nicht gerade mit der königlichen Band für das Open-Air-Konzert probt, zieht er sich in letzter Zeit immer häufiger auf sein Landgut zurück. Und man soll ihn dort schon des Öfteren völlig nackig auf einem Hochsitz gesehen haben. Die E-Gitarre spielt Hofrat Dr. Schrot, ein noch relativ junger Mann von verschlossenem Wesen. Vor etwa zwei Monaten hatte der König Pernance in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen dynamischen Akademiker gesucht, der erstens eine ordentliche E-Gitarre spielen konnte und zweitens in der Lage sein musste, den vielfältigen Anforderungen, die der Job eines königlichen Generalsekretärs mit sich brachte, einigermaßen gerecht zu werden. Von den wenigen Bewerbern, die für dieses heikle Amt kandidiert hatten, es waren genau gesagt nur vier, davon zwei Österreicher, spielte Dr. Schrot mit Abstand die brauchbarste E-Gitarre. Vielleicht eine Idee zu steif, zu fantasielos möglicherweise, dafür aber grundsolide und ohne jeden modischen Ausflip. Die Managerqualitäten des Dr. Schrot standen ohnehin außer Frage. Nach seiner Flucht aus der DDR hatte er am Hessenkolleg ein glänzendes Abitur hingelegt. Dritter Bildungsweg, das will heutzutage schon was heißen. Nach dem Abschluss seiner Studien an der Bundeswehrhochschule promovierte er Summa Cum Laude über das Thema vom Einfluss weltanschaulicher Trends auf die Theorie der interdisziplinären Wissenschaftslogik. Eine Arbeit, die seinerzeit in Fachkreisen großes Aussehen erregte. Es wäre für Dr. Schrot ein leichtes gewesen, die wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Um aber dem Vorwurf, Theorie verbissener Kopflastigkeit zu unterlaufen, war sich unser tüchtiger Doktor nicht zu schade noch ein ausführliches Praktikum bei der Dresdner Bank durchzustehen, so wie einen zweijährigen Kurs über gehobenes Management bei IBM in Stuttgart. Kurzum, dem Dr. Schrot standen sämtliche Türen von Großindustrie und Verwaltung sperrangelweit offen. Der König wurde unter Kollegen um solch einen Generalsekretär fast schon zähneknirschend beneidet. Percussioninstrumente aller Art spielte der hofnahe Nippo, ein Mann unbestimmten Alters und von leicht exotischem Äußeren. Sein Nachname ist Lauch, aber jeder Mann pflegt ihn einfach Nippo zu nennen. Dieser ernsthafte, unfriedliebende Mensch erblickte das Licht der Welt auf der Insel Celebes. Seine Eltern hat er leider nie gekannt. Barmherzige holländische Tabakhändler hatten das musikalische Waisenkind von dem Säuglingsalter nach Europa mitgenommen. Die Stationen seiner Karriere sind rasch erzählt. Nippo tingelte zunächst mit diversen Rock-Jazz-Kapellen durch die halbe Welt. Nach einem längeren, höchst lukrativen Gastspiel bei den Herren Lindenberg und Maffei verspürte Nippo eines Tages den Wunsch, das unterste Dasein eines Wandermusikanten zugunsten einer soliden Dauerstellung aufzugeben. Als Hofner taugte er, offen gesagt, überhaupt nichts. Denn er war weder besonders lustig, noch gesprächig. Umso mehr aber glänzte er als Perkassionist. Ob er nun entfesselt auf die Kongas Eintrosch oder aber höchst kunstvoll mit einer seiner zahllosen Rasseln, Schellen, Trömmelchen, Bimmeln, Klappern oder Glöckchen hantierte, immer von Nippos musikalischer Beitrag von erlesenem Geschmack und höchsterer Finesse. Perkassion, so sagte er manchmal in seiner bildhaften Sprache, ist wie das Salz in der Suppe. Wohl wahr, möchte man meinen, welch trefflicher Vergleich. Wobei hinzuzufügen wäre, dass Perkassion ja noch viel mehr bedeutete als nur das biedere Salz in der Suppe. Perkassion, das sind sämtliche Gewürze der dritten Welt, ein bunter Kosmos aus Farben, Gerüchen, Sensationen und Nuancen, nicht nur Pfeffer und Salz, nein, auch Zimt und Nelken, Koriander, Minze, Curry, Basilikum und Muskat, Thymian, Rosmarin, Liebstöcke und Kreuzkümmel, Safran und Lorbeer, Oregano und Ingwer, ganz zu schweigen von Knoblau, von Waldmeister, von Sambal oder von Harissa. Ein guter Koch weiß eben nicht nur, welches Gewürz mit welcher Speise am besten harmoniert, sondern er beherrscht auch die Kunst, mit seinen Aromastoffen maßvoll umzugehen. Um nicht durch ein zu viel des Guten die Mahlzeit zu ruinieren. Und genauso wusste auch der Hofperkassionist Nippo, sein musikalisches I-Tüpfelchen stets klug und sparsam zu dosieren. Wenn überhaupt jemand mal ein offenes Wort mit dem König, über dessen rhythmische Schlampereien hätte sprechen müssen, dann Nippo. Schließlich war er im Nebenberuf ja auch noch Hofner und diese, übrigens gar nicht schlecht bezahlte, Stellung verpflichtete eigentlich zu solcherlei Kritik, genau genommen. Aber nein, Nippo hasste jede Art von Auseinandersetzung aufs Äußerste, ging jedem Konflikt aus dem Weg, hielt den Mund und haute stattdessen lieber auf seine Kongas, klopfte das Agogo, schüttete die Maracas, ließ die Finger-Symbols aneinander klingen, dengelte die Kuhglocke oder schwang das Tambourin. Neben diesem harten Kern der königlichen Band gab es noch einen Background-Chor, bestehend aus Bediensteten, meist Küchenpersonal, der von Pater Michael alle 14 Tage trainiert wurde, ferner eine Bläsergruppe unter der Leitung des Herrn Bolzheimer, seines Zeichens königlicher Herold. Herr Bolzheimer hatte die undankbare Aufgabe übernommen, aus drei, naja, mäßig talentierten Herren eine halbwegs gescheite Brass-Section zu machen. Es handelte sich um den Gärtner an der Trompete, den Hausmeister an der Posaune und den Klentner am Tenorsaxophon. Herr Bolzheimer selbst ließ Fanfare. Und zwar astrein. Seine eigentliche Berufung aber lag im pädagogischen Bereich. Mit Leib und Seele hatte er sich dem ehrgeizigen Ziel verschrieben, die drei begriffsstutzigen Tölpe zu einer soliden Bläsermannschaft zusammenzuschmieden, um sein Lieblingswort zu zitieren. Das ganze Frühjahr und den Sommer hindurch wurde eifrig geprobt. Beinahe jeden Tag erklang Musik aus allen Winkeln des Schlosses. Unten im Verlies prügelte Harvey Heavy Metal Block auf sein Schlagzeug ein. In der Kapelle träumte Pater Michael über seinen traurigen Akkorden. Im Zeughaus verfeinerte Nippo seine akustischen Zaubertricks. Draußen auf den Zinnen konnte man die zornige Stimme des Heroids vornehmen, der sich redlich abmühte, seiner faulen und widerborstigen Blaskapelle auf die Sprünge zu helfen. Zwischen den Schützpflanzen hinter der Burgmauer lag der bekiffte Jakob und lauschte ergriffen der hellen Stimme Marie Johannas, die oben im Burgfried vor sich hin trällerte. Hofrat Dr. Schrot übte täglich von 17 bis 19.30 Uhr nach Erledigung der Verwaltungsgeschäfte. Im Thronsaal aber brannte das Licht nur allzu oft die ganze Nacht. Dort saß der König, die Gitarre im Arm, die Träne im Bad. Wenn der Morgen geraute, ging er dann seufzend ins Bett, den Kopf voller Musik. An einem Nachmittag im Juli, als die komplette Hofband im Übungsraum versammelt war, kam es zu einem merkwürdigen Zwischenfall. Gerade hatte man die ersten Töne von Satisfaction angespielt und wieder, wie vorauszusehen, muss man leider sagen, kam der König bei der kleinen Pause zwischen I can't get no und Satisfaction aus dem Takt. Einen Moment lang spielten alle heillos durcheinander. Dann brach die Musik von selber ab. Mitten hinein in die bleiernde Stille erklang deutlich die Stimme des Hofrats. So interessant die freie Gestaltung des Rhythmus ja zweifellos sein mag, sagte er eiskalt, so glaube ich dennoch, dass man sich gerade bei diesem Stück etwas enger an die Vorlage halten sollte. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Errötend verließ der König den Übungsraum. Später, am selben Abend in der Taverne, über dem siebten großen Bier, sagte Harvey Heavy Metal Block zu Pater Michael, dieser Schrot ist für mich ein Arschloch allererster Güte und nach einer kleinen Pause fügte er die Stimme des Hofrats nachahmend hinzu, das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Tja, das stimmt, antwortete der Pater, nur hat er in diesem Fall leider nicht ganz Unrecht. Schon in den letzten Augusttagen trafen die ersten Gäste ein. Es kamen Könige, Kollegen und Freunde aus allen Ländern, die einen auf Tragsesseln, andere in kleinen Wagen und die am fernsten Wohnenden auf Elefanten und auf Tigern. Der 1. September war ein wunderschöner Sommertag, nicht zu heiß, mit einer angenehmen leichten Brise am Nachmittag. Im Schlosshof wurde genagelt und gezimmert, die große Bühne war fast fertig und gegen 16 Uhr bereits der Soundcheck. Die Lautsprecher, die Verstärker, die Mikrofone und die Kabel, die Bühnenmonitore und der 16-Kanal-Mixer, kurz das gesamte Beschallungssystem, war von einer Firma aus Köln angemietet worden. Die technische Leitung und damit auch die Verantwortung für alle Soundprobleme lag bei Gips Beraten, einem erfahrenen und nervenstarken Tonmeister aus Schwaben. An diesem Nachmittag gab es, wie durch ein Wunder, nicht eine einzige Panne. Alles klappte vorzüglich und schon kurz nach 18 Uhr erklärte Herr Braten, mit den Worten, alles cool, die Probe für beendet. Zufrieden gingen die Musiker in ihre Garderobe, wo ein kleiner Indis auf sie wartete. Draußen im Hof füllten sich langsam die Bänke. Drei riesige Fässer mit Freibier hatte man aufgefahren. Die Stimmung war entspannt und voller Erwartungen. Kurz nach Sonnenuntergang wurden die Scheinwerfer angeschaltet und die Bühne erstrahlte im schönsten hellen Licht. Ein Raunen ging durch die Menge. Vereinzelt wurde applaudiert. Drinnen in der Garderobe traf man die letzten Vorbereitungen. Jeder versuchte, die restlichen Minuten vor dem Auftritt auf seine Weise zu überbrücken. Maria Johanna stand vor dem Spiegel, dürstete die langen Haare und sang leise vor sich hin. Harvey Block beendete gerade sein drittes großes Bier, sagte laut, und trommelte noch ein bisschen auf seinem gummigespannten Übungsbrettchen herum. Nippo schob sich ein Kaviarbötchen in den Mund, während Pater Michael darüber nachdachte, warum der Schablis allgemein so überschätzt wurde, wo er doch selber eine Montraché jederzeit dem Vorzug geben würde. Dr. Schroth stimmte in der Ecke sorgfältig seine Gitarre. Hin und wieder nippte er an seinem Mineralwasser. Auf der Toilette saß Jakob und zog an einem riesigen Joint. Der König war so aufgeregt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Äußerlich unverändert stand er ruhig am Waschbecken und hielt die Hände unter das warme Wasser. Schließlich war es soweit. Unter dem Jubel der Zuschauer betraten der König und seine Band die hell erleuchtete Bühne. Der König schritt zum Mikrofon und sagte, Guten Abend, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr alle willkommen seid. Alright, brüllte irgendjemand hinten aus dem Publikum, worauf manche der vorne sitzenden Zuhörer lachend ihre Köpfe wendeten. Bevor wir mit dem Konzert beginnen, fuhr der König fort, möchte ich euch gerne die Band vorstellen. Am Schlagzeug haben wir, der König wies mit ausgestrecktem Arm hinter sich, HALWAY HEAVY METAL BLOCK! Tief über sein Schlagzeug gebeugt, nahm der Henker den lebhaften Beifall entgegen. Am E-Bass seht ihr, BRINZ JAKOB! YEAH! schrie die Stimme von hinten, genau in die winzige Lücke zwischen Ansage und Applaus. An den Keyboards, unser verehrter Pater Michael! Langeanhaltender, wenngleich nicht gerade übermütiger Beifall. Hier neben mir, an der elektrischen Gitarre, Hofrat Dr. Schrot! Heftiger, aber kurzer Applaus. Und unser Percussionist, rief der König, ist Nippo Lauch! Der Nachname ging bereits im Jubel des Publikums unter. Nippo war der erklärte Liebling des Abends, oder sagen wir es ruhig genauer, der Liebling der Damen, schon bevor der erste Ton gespielt war. Nachdem der König noch kurz auf den Backgroundchor und die kleine Bläsermannschaft hingewiesen hatte, wobei lediglich Herr Bolzheimer namentlich erwähnt wurde, sagte er abschließend, Tja! Und nochmals vielen Dank für den freundlichen Applaus. An diesem Augenblick erklang wiederum die Stimme des Zwischenrufers. Und wer bist du? Großes Gelächter im Borkhof, denn schließlich wusste man ja, wer der König war. Der Gefragte schien den kleinen Scherz keineswegs übel zu nehmen. Selbst das etwas respektlose Du nicht, er lächelte, blickte einen Moment lang unter sich und sprach damit etwas leiserer Stimme als zuvor. Tja, um ganz ehrlich zu sein, es ist schon ein seltsam schönes Gefühl, heute Abend hier auf der Bühne zu stehen. Dies war das Stichwort für Pater Michael. Genau bei diesem Wort stehen, begann er mit der Einleitung zu Feeling Alright, was bei den Kennern im Publikum kleine Verzückungsschreie auslöste. Nach zwei Takten stieg Nippo auf den Kongas ein. Wiederum zwei Takte später kamen Jakobs mächtiger Bass und das Schlagzeug des Hankers hinzu. Als sich dann auch noch der König mit einer Rhythmusgitarre eingeklingt hatte, hörte man unten aus dem Publikum bereits die ersten rhythmischen Klatscher. Im Handumdrehen kam Bewegung in das eben noch so erwartungsvoll gesittete Auditorium. Ein heftiges Stampfen und Schaukeln hob an. Tausendfach brachen sich das schmatzende Geräusch zusammenklatschender Handflächen an den Burgmauern. Im Handumdrehen kam Bewegung in das eben noch so erwartungsvoll gesittete Auditorium. Ein heftiges Stampfen und Schaukeln hob an. Tausendfach brach sich das schmatzende Geräusch zusammenklatschender Handflächen an den Burgmauern. Mit einem Wort, es herrschte eine Bombenstimmung. Nun war aber auch die Entscheidung, den Arm mit vielen Allrights zu eröffnen, einfach genial gewesen. Das relaxte, mittelschwere Tempo dieser Nummer ist für einen Konzertanfang genau das Richtige. Schon bei dem ersten Refrain, bei den Worten Feeling All Right, sang das Publikum laut mit I'm just feeling so good myself, antwortete vielstimmig der Chor. Herrlich dröhnte Jakobs Bass, strahlend kamen die Einwürfe der Bläser, satt und knackig tönte Harvey Blocks Schlagzeug, klar und deutlich davon abgehoben, Nippos fantastisches Konga-Spiel, füllig und sicher die stabilen Akkorde des Paters, knapp und gekonnt die kommentierenden Einwürfe des Hofrats. Über allem aber lag die Stimme des Königs, der sich von dem Wogen der Begeisterung zu immer gewagteren Phrasierungen hinreißen ließ. Pater Michael krönte das Eröffnungsstück mit einem saftigen Keyboard-Solo, ungefähr in der Manier Leon Russells, und nach dem überraschenden Schluss mit dem unerwarteten Abriss hielt es niemanden mehr auf dem Sitz. Alles tobte, vornehme Hofdarm mit geröteten Wangenhüften wie kleine Mädchen umher, stiegen auf die Bänke, schrien aus vollem Hals und wiesen sich gegenseitig auf Nippos exotische Kunstfertigkeiten hin. Würdige Herren steckten sich hemmungslos, die Finger in den Mund und pfiffen so laut es eben ging. Here we go, sagte atemlos der König, was im allgemeinen Jubel praktisch unterging. Pater Michael wartete das Ende des frenetischen Gejols gar nicht erst ab, sondern begann sogleich mit den einleitenden Akkorden von The Fool on the Hill, worauf die Zuhörer wieder Platz nahm. Day after day, sang der König, alone on a hill, und schon war das eben noch so ausgelassene Publikum mucksmäuschens still und lauschte dieser sensiblen Stimme. See the sun going down, klang es durch den Borkow, and the eyes in his head see the world spinning round. Da wurde so manches Spitzentüchlein gezückt. Da kam es zu allerhand Schnäuzern und Räuspern und nicht nur die Damen verspürten ein schmerzlich süßes Ziehen in der Herzgrube. Kaum waren die letzten Blockflötentöne verklungen, der Bolsheimer persönlich hatte dieses Instrumentalpart übernommen, Da brachen die ergriffenen Zuhörer in einen langen, intensiven, stetig anschwährenden Beifall aus, der nur durch das schlichte Danke, vielen Dank, danke sehr, besten Dank des Königs gebremst werden konnte. Als dritte Programmnummer war eigentlich Roll over Beethoven vorgesehen, als aber der König gerade zur Ansage schreiten wollte, er soll aus dem Dunkel des Borkows die Stimme jenes Zwischenrufers, der schon bei der Vorstellung der königlichen Band für einige Aufregung gesorgt hatte. Satisfaction, schrie die Stimme diesmal, Satisfaction. Sogleich fand dieser Vorschlag eine lautstarke Anhängerschaft. Aus allen Ecken des Borkows wurde plötzlich Satisfaction gefordert. Okay, sagte der König, dann also Satisfaction. So nur wie diese Geste auf den ersten Blick aussehen mag, so lag doch andererseits eine gewisse Gefahr darin, das sorgfältig geplante Programm zugunsten eines spontanen Zurufs einfach umzuschmeißen. Der König in seinem überschwänglichen Glücksgefühl aber, rückblickend muss man eigentlich von naiver Verblendung sprechen, der König jedenfalls war leider nicht in der Lage, diese Gefahr vorauszusehen. Und so nahm das Verhängnis seinen Lauf. Die Einleitung war eben vorüber I can't get no hatte der König gerade gesungen, da passierte es in der kleinen Pause zwischen I can't get no und Satisfaction. Eine plötzliche Verwirrung überkam den König, ein jäher rhythmischer Abgrund tat sich auf. Sozusagen ein leeres Nichts. Der König hatte eine Sekunde zu lang gezögert, wie so oft an dieser Stelle. In der verzweifelten Hoffnung, durch irgendein Wunder doch noch im richtigen Rhythmus zu landen, schob er viel zu hastig das Wort Satisfaction hinterher, obwohl ihn bereits die schmerzliche Gewissheit durchzuckte, dass es nichts mehr zu retten gab. Aus den Augenwinkeln sah er den Hofrat merkwürdig verzerrt ins Publikum lächeln. Ein paar Takte noch schleuderte die Musik haltlos vor sich hin, einem Fahrradfahrer vergleichbar, dem ein Ast zwischen die Speichen geraten ist. Dann hörte der König die ersten Lacher. Deutlich sah er in der zweiten Reihe eine krampfartig kichernde Dame, die mit dem Finger auf ihn zeigte. Spätestens an dieser Stelle hätte man abbrechen müssen, um die Blamage in Grenzen zu halten. Nun hatte der König aber mit dem Rhythmus leider auch die Übersicht verloren und zum Entsetzen der empfindsameren Zuhörer sang er verbissend weiter. Kaum bemerkte der kopflose Sänger, wie die Begleitung hinter ihm dünner und spärlicher wurde, mehr und mehr zerbröckelte, bis die Musik schließlich abbrach. Aufhören, brüllte in diesem Moment der Zwischenrufer, überflüssigerweise eigentlich, denn die Musik war ja soeben verstummt. »Buh!« riefen ein paar Rüpel von den ganz hinteren Plätzen. »Weitermachen! Und nochmal das Ganze!« konnte der König aus dem allgemeinen Tumult heraushören, aber auch »Üben!« »Und sogar abdanken!« Schwindel und Panik überkam unseren König. Ohne ein Wort der Erklärung floh er hastig von der Bühne und rannte an der Garderobe vorbei bis zu einer versteckten Hinterpforte des Schlosses, gelangte unter der rückwärtigen Borgmauer ins Freie und ward sich erschöpft zwischen Jakobs hoch aufgeschlossenen Shitpflanzen. Hofrat Dr. Schroth war gleich nach dem überstürzten Abgang des Königs zum Mikrofon gegangen und hatte höflich um eine kleine Pause gebeten. Gleichzeitig ließ Herr Gipsberaten, der als erfahrener Tonmeister in solchen Situationen stets die Nerven behielt, das Licht im Borghof anschalten und legte außerdem eine Kassette von Crosby, Stills, Nash & Young auf, womit die brenzlige Lage fürs Erste entschärfte. Die geladenen Gäste, unter ihnen hochgestellte Persönlichkeiten aus aller Welt, Majestäten, Hochadelaufsichtsräte und Millionäre, aber auch allerlei Prominenz aus dem Showbusiness sowie zahlreiche Journalisten, erhoben sich sogleich von den Bänken und strömten zügig Richtung Freibier. Erregt sprach man über das soeben Erlebte. Und je nach Stammpunkt beziehungsweise Temperament war von Skandal die Rede oder aber von einem Fauxpas. Den heftigen, betrunkenen Kritiker Waldo Bohnhoff hörte man laut Scheiße rufen, absolute Scheiße, während ein Herr Borkert aus Hamburg nachsichtig von Premierenpech sprach, das schließlich jedem mal passieren könne. Der König lag derweil zwischen den schützenden Cannabis-Stauden, das Herz schlug ihm bis in den Hals, er hätte tot sein mögen vor Scham und vor Wut. Nur allzu genau wusste er, was im Borkhof jetzt gerade los war, wie man über ihn herzog, wie man lästerte, wie man sich über seinen Patser kaputt lachte. Plötzlich stockte dem König der Atem. Die Pforte hatte gequietscht und gleich darauf waren ganz in seiner Nähe deutlich Stimmen zu hören. Es ist einfach peinlich, sagte der Hofrat gerade, mehr als peinlich. Aber ich habe es ja geahnt, dass er uns blamieren wird. Nun ja, wie auch immer, wir müssen etwas unternehmen. Das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung. Ja, shit, man, fuck, das war Jakob. Verdammt, brummte der Henker dazwischen. Dabei hätte ich heute auch ganz gerne mal ein Lied gesungen, sagte Marie-Johanna. Etwas neben der Logik. Wir werden halt ansagen müssen, tönte der Hofrat, dass seine Majestät wegen Unpässlichkeit nicht mehr auftreten kann. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir den Abend nicht auch so über die Runden bringen. Was meint ihr? Ich würde gern noch ein, zwei Lieder singen, meinte schnell das Burgfräulein. Was soll's, verdammt, maulte Harvey Block. Wow, man, shit, fügte Jakob hinzu. Also dann in zehn Minuten, sprach Dr. Schroth mit erhobener Stimme. Ich gehe schon mal vor. Ja, ja, verschwinde, knurrte der Henker hinter ihm her, nahm einen riesigen Schluck aus dem mitgebrachten Bierglas und sagte zu Jakob, hast du was zu rauchen? Logisch, antwortete der Prinz immer. Bis gleich, die Herren, sagte das Burgfräulein etwas schnippisch und verschwand in der Pforte. Für ein paar Minuten vernahm der König in seinem Versteck lediglich das wirgende Husten und Stöhnen der beiden Raucher, unterbrochen höchstens von gepressten Ausrufen wie Wow oder Yeah. Nach einem längeren Hustenanfall sagte Jakob dann plötzlich Shit, man, let's face it, Rock'n'Roll ohne gescheites Timing ist einfach, einfach kurze, verstehst du? Das bringt überhaupt nicht, null. Die Antwort des Henkers gingen Jakobs Grammfußten unter, aber der König hatte ohnehin genug verstanden. Kaum war die Pforte hinter den beiden Rhythmikern ins Schloss gefallen, da erhob sich der König, klopfte den Staub von seinem Hermelinmantel und eilte auf Schleichwegen in seinen Thronsaal. Er schnappte sich seine Reisetasche, stopfte das Notwendige hinein, legte die Krone vorsichtig auf den Thron, rannte dann ins Badezimmer, kurz entschlossen griff er zum Rasiermesser, nahm sich den Bart ab und stürzte die langen Haare. In dem jungen Mann, der fünf Minuten später unbemerkt das Schloss verließ, hätte beim besten Willen kein Mensch unseren König wiedererkannt. Freundlich leuchtete der Mond in dieser Nacht. Der König marschierte zügig durch den großen Wald. Zwischen den Baumwipfeln sah er die Sterne blinken. Es war ihm seltsam Leichtumsherz, trotz der Aufregung und den vielen Gedanken im Kopf. Kaum bemerkte er, wie die Zeit verging. Beim Morgengrauen hatte der König den großen Wald bereits hinter sich. Die ersten Frühnebel zogen über die Felder, bald musste die Sonne aufgehen. Zeit für eine Rast, dachte der König. Er war müde und hungrig und die Füße taten ihm weh. In einem Heuschober kurz vorm Einschlafen dachte er noch einmal an das verpatzte Konzert, an sein Schloss, an sein bisheriges Leben. Wie weit lag das nun schon alles zurück? Die Sonne stand hoch am Himmel, als der König aufwachte. Elend knurrte seinen Magen und im Mund war es staubig und trocken. Der König machte sich rasch auf den Weg. Die Angst, erkannt zu werden, ließ ihn um jedes Dorf einen großen Bogen schlagen. Von Weitem sah er die Bauern auf den Feldern arbeiten. Manche grüßten freundlicher rüber. An einem Bach löschte der König seinen Durst. Gegen den Hunger halfen notdürftig ein paar grüne Äpfel. Die Sonne war bereits untergegangen, der König lief wieder durch einen dichten Wald. Es war ihm Hundeschlecht von den Äpfeln und er sehnte sich nach einem zarten Filetsteak und einem frischbezogenen Bett. Plötzlich stand er am Rande einer kleinen Lichtung. Vor einer rußgeschwärzten Köhlerhütte hockten drei finstere Gestalten um ein prassendes Feuer und löffelten Suppe aus einem großen Topf. Der König nahm seinen ganzen Mut zusammen, trat schluckend näher und sagte leise einen guten Abend zusammen und guten Appetit auch. Die drei dunklen Gestalten, offenbar Vater, Mutter und Sohn, ließen die groben Löffel sinken und blickten misstrauisch auf den Fremden. Ei, wer bist du denn? drohnte die Grabestimme des alten Köhlers. Bevor der König den Mund aufmachen konnte, entfuhr dem hühnenhaften Sohn des Alten ein geradezu altes testamentarischer Röpser. Puh. He, schrie der Vater und schlug seinen pflegehaften Spross mit der haarigen Faust mitten auf die Nase. Nimm nicht zu sauer. Der junge Köhler blickte verdattert, während der Alte urplötzlich in ein höllisches Gelächter ausbrach. Schlagartig war der unbegreifliche Heiterkeitsausbruch zu Ende und der Alte brüllte wieder mit zorniger Stimme. Los, du Penner! Sag unserem Gast guten Abend und hol endlich Bier für uns alle! Der junge Riese duckte sich seitwärts hinweg. Vor der drohenden Faust des Vaters mormelte etwas von sich hin wie Leck mich doch und verschwand in der Hütte. Wieder lachte der Vater viel zu laut. Los, setz dich! sagte er zum König und an seine strubbelige Frau erging das Kommando Hey Mutter! Rück mal einen Löffel aus für den Typ! Der guckt ernst schon gierig! Selten hatte der König etwas köstlicheres gegessen als die Kartoffelsuppe der Köders Leute. Es gab großen Henkelkrügen. Die Kühlersippschaft schmatzte, rülpste und schlürfte um die Wette und auch der König legte sich hemmungslos ins Zeug. Los, austrinken! befei der alte immer wieder und goss allerseits kräftig nach. Auf jetzt! Ex! Weg mit dem Kram! brüllte er lachend. Der König spürte eine wohlige Wärme im Magen und einen starken Schwurbel in der Birne. Also, schrie der alte plötzlich, wer bist du eigentlich und was treibst du? Der verdatterte König umging den ersten Teil der Frage und antwortete mit klopfendem Herzen, ich bin Wandermusikant und auf der Wanderschaft. Prima! befand der russige Gastgeber. Dann sing uns jetzt was vor, aber was Schönes, verstanden? Was von früher! Der König griff zur Gitarre, stimmte kurz nach und begann mit dem alten Lied Yesterday von Paul McCartney. Bei der Stelle All my troubles seem so far away entrang sich dem jungen Köhler ein seufzendes Oh ja! Sogleich wurde er von seinem Erzeuger mit einer derben kopflos zum Schweigen gebracht. Still saß die Köhler Familie um das Feuer und lauschte der schönen Melodie. Als der König schließt sich mit den Worten endete und den letzten Ton etwas länger als gewöhnlich ausklingen ließ, war eine merkwürdige Veränderung in den ungehobelten Zuhörern vorgegangen. Die Mutter blickte mit nassen Augen auf den König. Der Sohn räusperte sich umständlich und scharrte schweigend im Feuer herum, während im finsteren Gesicht des alten Köhlers so etwas wie ein fernes Leuchten sichtbar wurde. Mensch, sagte er in normaler Lautstärke, das war ja wunderschön. Aber als müsste er diesen Anfall von Sentimentalität auf der Stelle Wiedergutmachen schrie er übergangslos seinen erstaunten Sohn an Los Idiot hol Bier aber Dalli und den Birnenschnaps. Es wurden noch so manche Lieder gesungen in dieser Nacht. Der alte Köhler schlug seinen Sohn zwischendurch immer wieder mal ordentlich in die Schnauze und als der Schnaps und das Bier endlich alle waren musste der König für sein besinnungslos heuerndes Publikum noch einmal Yesterdaysing zum Abschluss. Kühl war es als der König am nächsten Morgen erwachte und sein dröhnender Schädel fühlte sich an als habe jemand über Nacht Beton hineingegossen und im Magen bramte der Birnenschnaps. Die Köhler Familie lag rund um das erloschende Feuer und schnarchte um die Wette. Leise schließt sich der König davon. Gegen Nachmittag erreichte er eine festlich geschmückte kleine Stadt in der gerade ein Jahrmarkt stattfand. Der König mischte sich neugierig unter die Zuschauer. Staunend betrachtete er die vielen Stände mit den verlockenden Auslagen. Tönerndes Geschirr wurde feil geboten, Kitteschürzen und Lederwaren, aber auch herrliches Obst, duftende Bratwürste, gebrennte Mandeln, Zuckerwatte lebendige Hühner standen zum Verkauf, sogar Schweine und auch Kälber. Weiter hinten hatte man ein Kettenkarussell aufgebaut, daneben befand sich eine Armbrust Schießbude, nicht weit davon wurde der stärkste Mann der Welt angepriesen. Eindruck 20 Pfennig. Ferner gab es etliche Zauberer, eine Geisterbahn und eine Tombola. Der König schlenderte von Bude zu Bude und stand plötzlich vor einem kleinen Zelt, über dessen Eingang in bunt leuchtender Glühbirnen Schrift das Wort Flohzirkus prangte. Hereinspaziert, rief ein kleiner dicker Mann mit Brille und Zylinder. Im Inneren des Zeltes standen etwa ein Dutzend Klappstühle rings und rings um die winzig erleuchtete Arena. Als alle Plätze besetzt waren, verschloss der Herr Direktor, jener dicke Mensch, der vorher draußen kassiert hatte, sorgfältig den Eingang, schlug einen Tusch auf einen blechernden Gong und erklärte die Vorstellung für eröffnet. Aus seiner Tasche holte er eine Schachtel und eine Pinzette. Der Erste Floh wurde vorsichtig aus seinem Gefängnis befreit und in die Mitte der Arena gesetzt. Er schlug zunächst ein paar einfache Purzelbäume und Seithos, lief danach auf den Händen einmal rund um die Manege und beschloss seinen Auftritt mit einem astreinen Flickflack. Die Zuschauer applaudierten begeistert. Nun folgt der zweite Akt, sagte der Direktor etwas salbungsvoll. Das nächste Insekt wurde in die Arena entlassen. Es zog eine kleine Kutsche hinter sich her. Darin saß ein als König verkleideter Floh, der den Zuschauern bultvoll zuwinkte. Diese Nummer wurde allgemein als langweilig empfunden und entsprechend dünn wie der Beifall aus. Und nun zum dritten und letzten Teil rief der Herr Direktor. Ich bitte um Applaus für unseren Superstar! Was die verblüfften Zuschauer in den nächsten Minuten Erlebten war in der Tat leicht sensationell. Das winzige Tier balancierte einhändig über ein Seil, jonglierte mit vier kleinen Bällen, sprang durch ein brennendes Nadelöhr und lief dann auch noch Schlittschuh auf einem kleinen Eiswürfel. Das war nun wirklich der Höhepunkt der Show. Nach der brillanten Schluss Pirouette erhoben sich die Zuschauer von den Plätzen und spendeten mächtig Beifall. Ende der Vorstellung rief der Direktor und bat man möge sein Unternehmen weiser empfehlen. Später dann am Abend stand der König an der Theke des Gasthauses und dachte über die wundersamen Kunststücke der kleinen Tiere nach. Ein dicker schwitzender Mann mit Brille schob sich neben ihn und bestellte laut ein großes Altbier dazu ein Fernet. Nein lieber zweifeln nicht verbesserte er und lächelte dem König zu Ich heiß Deichsel sagte der Dicke und bin der Direktor des Flurzirkus Ich habe heute die Vorstellung gesehen erwiderte der König und ich möchte Ihnen ein großes Kompliment machen es war fantastisch wirklich Prost sagte Herr Direktor Deichsel geschmeichelt und schüttelte schnell den braunen Schnaps in sich hinein Man kam ins Gespräch Fachsimpelte über die Probleme des Showbusiness und des Theaters über den Undank des Publikums und über die kleinen Sorgen des fahrenden Volkes Als Herr Deichsel erfuhr dass sein Gesprächspartner Musiker war zeigte er sich hoch erfreut bestellte sofort weitere Fernets und bestand dass die Musik seine geheime Leidenschaft mehr noch seine wahre Liebe sei Warum kommen Sie nicht mal zu mir und komponieren mir eine Bühnenmusik Na wie wär's fragte Herr Deichsel großspurig und kippte einen doppelten Fernet Warum nicht antwortete der freundliche König Wunderbar rief Herr Deichsel begeistert Darauf einen Doppelten wie heißen sie eigentlich Das kann ich im Moment schlecht sagen antwortete der König verlegen Verstehe verstehe sagte der Flohbändiger und kniff ein Auge zu Da ist wohl Kerpolz mäßig was nicht ganz in Ordnung stimmt aber keine bange junger freund Namen sind Schell und Rauch was seht ist allein das Genie Prost vom nächsten Tag an begleitete der König die Kunststücke von Herrn Deichsel mit seiner Gitarre je nach Charakter der Nummer spielte er lustige schnelle humorvolle traurige oder auch dramatische Weisen Für die Zuschauer unsichtbar saß der König hinter einem Vorhang am Rücken von Herrn Deichsel und Guckloch Er musste höllisch aufpassen denn die Flöhe waren nicht nur winzig klein sondern auch unberechenbar selbst bei fest eingeübten Nummern veränderten sie manchmal den Ablauf so dass der König mit seiner Begleitmusik zu jeden Stimmungswechsel gezwungen war mit bloßer Routine war hier nichts zu machen hier wurde die hohe Schule der Improvisation verlangt bald sprach es sich auf den Jahr Märkten herum dass der Floh Zirkus Deichsel weit mehr zu bieten hatte als nur die normalen Sensationchen einer herkömmlichen Insektenpressur die Kritik schwärmte von der kongenialen Entsprechung zweier Kunstgattungen von einer neuen Dimension der zirazensischen Kultur war die Rede und das deichselische Unternehmen erfreute sich schon nach wenigen Wochen eines ungeahnten Publikum Andrangs man sah sich gezwungen ein größeres Zelt anzuschaffen statt wie bisher zwölf Stühle baute Herr Deichsel nun 24 Stühle auf was allerdings den Nachteil hatte dass die ursprüngliche Intimität der Vorstellung verloren ging die Zuschauer in der zweiten Reihe verrenkten sich schier die Hälse in dem Bemühen das Geschehen in der Arena wenigstens in groben Zügen mitzuerleben eines Abends an der Theke hatte Herr Deichsel beim siebten Alt eine Vision Ich hab's rief er Das ist die Lösung Wir schaffen ein Monitorsystem man Japanisch Wir übertragen die Vorstellung auf Fernsehschirmen Da können wir mindestens 100 Leute gleichzeitig abkassieren Herr Deichsel wurde lauter Diejenigen die vorne sitzen müssen das Doppelte lösen Nachdenklich schwieg der König Sein Job als musikalischer Flo-Begleiter war eigentlich nicht unangenehm gewesen Der König hatte viel gelernt und eine Menge nützliche Erfahrungen gemacht Auch war Herr Deichsel ein durchaus erträglicher und großzügiger Arbeitgeber solange man sich nicht daran störte dass die Tageseinnahmen regelmäßig für Altbier und Fernett draufgingen Dummerweise aber verlor der Flo-Zirkus an sich auf die Dauer sehr stark an Reiz Spätestens seit der zehnten Vorstellung hing dem König die ganze Sache zum Hals raus Die eitlen Flöhe gingen ihm allmählich auf die Nerven Charakter Das hatte er schon bald herausgefunden war in dieser Branche letztlich auch nur eine Rollenfrage Ja Was meinst du Drängte Herr Deichsel und riss den König aus seinen Gedanken Ich weiß nicht recht ehrlich gesagt antwortete der Gefragte diplomatisch Etwas unzufrieden begab man sich an diesem Abend in die Wohnwagen Im Spätherbst nahm ein ungewöhnliches Naturereignis dem König die Entscheidung über seine berufliche Zukunft aus der Hand Es war am Morgen nach einer jener seltenen Frostnächte wie sie alle 20 Jahre im Oktober vorkommen Als Herr Deichsel im Nachthemd an des Königs Wohnwagen klopfte Der bleiche Zirkusunternehmer zeigte wortlos auf die offene Schachtel in seiner Hand Friedlich lagen eiserne tüchtigen Artisten nebeneinander auf der Watte Erfroren Nun hieß es also wieder Tippin Wie sich bald herausstellen sollte war das Leben on the road kein ungetrübtes Vergnügen Es ging auf den Winter zu Die Nächte wurden kälter und länger Auf den Jahrmärkten war nicht mehr viel los Die Hausfrauen beeilten sich mit ihren Einkäufen und fanden kaum noch Zeit dem Wandermusikanten mit der angenehmen Stimme für ein paar Minuten zuzuhören Die kleinen Zirkusunternehmer die Gaukler Zauberer und Schausteller hatten sich entweder auf den Weg in den warmen Süden gemacht oder aber falls die Saison ertragreich genug gewesen war ihre Jahrmarktsbuden Winterfest eingemottet um in Ruhe das Frühjahr abzuwarten Der König zog übers Land Er spielte abends in den Kneipen und tagsüber mit klammen Fingern auf den Marktplätzen wenn es nicht gerade regnete Es gab Tage an denen er nichts außer ein paar kleinen Münzen aus seiner Mütze holte Manchmal sang er für einen Teller Suppe oder ein Nachtlager In jenen längst vergangenen Zeiten wurde dem Wandermusikanten das Leben oft sehr schwer gemacht durch den ständigen Ärger mit der Obrigkeit Kaum hatte man sich an einer Straßenecke hingestellt und mit den ersten zwei drei Songs ein kleines Publikum aufgebaut Da konnte es passieren dass plötzlich ein grober Gendarm auftauchte und mit Unverschämtheiten wie zum Beispiel So Leute Schluss jetzt Abgang aber Dalli mitten in eine feinsinnige Ballade hineinplatzte Auch wurde der König hin und wieder aus besseren Speisegaststätten unsanft hinaus befördert obwohl er stets höflich beim Wirt um Musiziererlaubnis nachfragte Wenn das Kleingeld einmal nicht für eine bescheidene Herberge ausreichte verbrachte der König die Nächte unter Brücken auf warmen Aufzugsschächten oder an windgeschützten Kirchenportalen An erholsamen Schlaf war dabei kaum zu denken weil man ständig auf der Hut sein musste vor Nachtwächtern und Polizei Den Hütern der Ordnung den reichen Kaufleuten dem Adel und den Kirchenfürsten kurz dem sogenannten Establishment war das bunte Völkchen der Wandermusikanten ein Dorn im Auge Man hielt sie für unzuverlässige Gesellen die in der Bevölkerung Unruhe stifteten Ihre Auffassung von Moral und Politik galt in konservativen Kreisen als geradezu gefährlich So mancher Pfarrer wetterte von der Kanzel gegen die arbeitsscheuen Elemente die verantwortungslosen Tröckeberger die Aussteiger und Lotterbuben Kein Wunder also dass sich die Musikanten damals mit Vorurteilen herumplagen mussten von deren Ausmaß man sich heutzutage keinerlei Vorstellung mehr machen kann Das galt alles natürlich nur für die Zunft der Wandermusikanten und Straßensänger Wer einen Schallplattenvertrag ergattert hatte oder gar den Titel eines Hofsängers führen durfte Wer den Ruf eines bekannten Minnesängers und Frauenbetörers genoss der war über die Niederung des oben angedeuteten Vorurteils weit erham Schon allein deswegen weil auch damals lange vor der Epoche der Aufklärung ein gewisser Erfolg im Geschäftsleben die entsprechende Wertschätzung seitens der Umwelt mit sich brachte Unseren König kümmerte das alles herzlich wenig Wenn er nur seine Musik machen konnte damit sogar noch etwas Geld verdiente und ein Stück von der Welt sah dann wollte er das ein schönes Leben nennen Schattenseiten gab es überall Wieder einmal stand der König an einer Straßenecke im Nieselregen Er sang gerade das Lied Revolution für ein paar kichernde Teenager und zwei ältere Hausfrauen als plötzlich eine vergitterte Polizeikutsche neben ihm hielt ein Gendarm vom Box sprang und rasch auf ihn zukam Den Gewerbeschein sagte der Ordnungsmann Die Teenager blickten ihn zornig an Ich habe leider keinen antwortete der König Ab dann mitkommen sprach der Uniformiöse Du kannst dich in der grünen Minna mit deinen Kollegen weiter amüsieren Die Tür des vergitterten Wagens wurde aufgeschlossen Der König stieg ein und stolperte über ein paar Füße Endlich fand er einen Platz auf der Holzbank Im Dunkeln konnte er drei ziemlich vorwegen aussehende Gestalten erkennen Ein älterer Mann mit stromlinienförmiger Sonnenbrille hielt ebenfalls eine Gitarre zwischen den Knien Hallo sagte der König und lächelte Hey antwortete die Sonnenbrille mit einer Stimme wie ein rostiger Mülleimer Willkommen in unserer trauten Runde Ich heiße Alexis Er streckte die Hand aus Du Ich heiße King sagte der König in einer plötzlichen Eingebung Der kleine Typ neben ihm der einen ziemlich fertigen Eindruck machte stellte sich als Erik vor Ebenso wie der vierte im Bunde ein lang aufgeschossener Mann mit Ponyfrisur und kleinem Kinnbart hieß übrigens John hatte Erik einen starken englischen Akzent Die Kutsche holperte schwankend übers Kopfsteinpflaster Alexis brachte trotz Dunkelheit Sonnenbrille und Schlingerbewegungen eine kleine Zigarette zuwege zündete sie an und ließ sie herumgehen Für mich nicht danke sagte der König Alexis nahm noch einen Zug aus dem glühenden Wurm trat den Rest auf den Boden aus und schlug heftig mit der Faust an die vordere Wand der rollenden Zelle Hey dräunte seine Gießkannenstimme Zum Hilton bisschen flott wenn ich bitten darf Alles lachte Nach ein paar Minuten kam der Wagen zum Halten Die Gittertür wurde aufgeschlossen und der Gendarm sagte Aussteigen Endstation Die vier Leidensgenossen wurden in ein muffiges Polizeirevier geführt wo ein dicker Gendarm hinter einer hölzernen Schranke am Schreibtisch saß Name sagte er ohne aufzublicken Alexis Connor antwortete deutlich und rasselnd die Sonnenbrille Ruf sagte der Dicke Bluesmusiker sagte Alexis mit Würde Ausweis kam es von jenseits der Schranke habe ich nie gebraucht meine Stimme genügt verkündete Alexis Ab Zelle befahl der Reviervorsteher und ließ Alexis abführen Der nächste Zu des Königs stiller Verwunderung handelte es sich bei den beiden anderen Herren um Eric Burden und John Mayle zwei ehemalig recht bekannte Persönlichkeiten aus der Frühzeit der Rockmusik Auch sie hatten natürlich keinen Ausweis und wurden in die Zelle gebracht Und nun zu dir sagte der Übergewichtige Name Ich heiße King antwortete der König nun schon zum zweiten Mal an diesem Tag Natürlich ebenfalls Musiker und kein Ausweis vermutete zu Recht der Ordnungsmoppel und ließ den König zu den anderen in die Zelle sperren Eine Eine angenehme Nacht die Herren sagte der jüngere Gendarm so ironisch wie möglich und schloss sorgfältig ab Fuck off brummte Eric Burden Was aber nicht so richtig ankam weil der Gendarm der englischen Sprache nicht mächtig war Alexis begann aus dem Stehgreif zu singen Jailhouse Blues konnte der König immer wieder heraushören John Mayle spielte wehmütig und ergreifend auf seiner ein und auch der König griff mutig zur Gitarre das war dringend nötig gewissermaßen denn Alexis selbst spielte erschütternd schlecht auf seiner verknatzten und verstimmten alten Klampfe es wurde eine wunderschöne und lange Session man sang die alten Lieder von Eric und John natürlich auch The House of the Rising Sun Rock Me Baby und ein paar andere bewährte Schlachträuser zwischendurch ließ der freundliche Alexis immer wieder mal eine Zigarette kreisen und sogar der König nahm einen vorsichtigen Zug irgendwann spät in der Nacht legten die Musiker ihre Instrumente beiseite wow seufte Alexis wenn man so an früher denkt every day I got the blues zitierte Eric Leiser man kam auf die alten Zeiten zu sprechen mit Wehmut erinnerten sich John und Eric an ihre großen Erfolge die nun schon so lange zurück lagen was hatte man nicht schon alles ertragen müssen seither erst den unseligen Hardrock dann sogar Punk und New Wave und das wurde da alles an Oldies wieder aufgekocht jeder scheiß aber auch jeder außer den wirklich guten Sachen wie deine Platten zum Beispiel sagte John Mail oder deine erwiderte Eric Burden zuvorkommt John Mail schien etwas resigniert zu sein aus seinem Mund wie das bittere Wort The road lost its magic worauf Eric Burden traurig mit dem Kopf nickte Alexis corner versuchte die beiden zu trösten gute musik setz ich immer durch behauptete er tapfer und den blues wird es immer geben im übrigen dürfte man das alles nicht zu ernst nehmen er selbst habe die Beatles kommen und gehen sehen um von den Stones ganz zu schweigen er glaube nach wie vor an das Comeback von Eric Clapton und er habe immer gewusst dass auch der Punk mal irgendwann am Ende sei aber hör dir doch bloß diese Hardrock Scheiße an die jetzt plötzlich wieder angesagt ist warf John Mail ein hast du nicht von diesem komischen Typ gehört der im Hof die Macht an sich gerissen hat und der außer Hardrock überhaupt nichts mehr duldet wie heißt denn der Typ noch schnell Schrott sagte Eric Burton Nein Schrott Dr. Schrott verbesserte Alexis corner wie bitte fragte der König an dieser Stelle gebietet uns die Chronisten Pflicht den geneigten Leser über die dramatischen Vorgänge bei Hof zu informieren unter Umständen die bis heute noch nicht genau geklärt sind hatte Dr. Schrott wenige Tage nach dem plötzlichen Verschwinden des Königs die Macht ergriffen und sich selbst an die Spitze der Hof Band gesetzt man munkelt von einem Putsch einem Überraschungskug Aber wie schon gesagt es fehlt an zuverlässigen Zeugnissen Für kommende Historiker Generationen wäre es eine der vornehmsten Aufgaben die Hintergründe dieser seltsamen Macht Übernahme aufzudecken und exakt nachzuzeichnen Sicher ist dass Hofrat Dr. Schrott der sich nun erster Vorsitzender nannte und mit My Leader angeredet werden musste nur wenige Stunden nach der Machtergreifung eine Verordnung erließ die klipp und klar sämtliche Musikstile außer totalem Hardrock verbot In den Plattenläden durften fortan nur noch ACDC Status Quo Black Sabbath Raya Heap Ted Newton und ähnliche Delikatessen freigeboten werden Dr. Schrott kündigte die Bildung einer staatlichen Kommission an die wöchentlich eine Liste der erlaubten Schallplatten veröffentlichen werde Die Rundfunk Redakteure erhielten Anweisungen ihre Programme gemäß der neuen Anordnung zu gestalten Pater Michael frühstückte gerade auf seinem Landgut als er aus der Morgenzeitung von dem Vorgängen am Hof erfuhr Nein dachte der Vater verblüfft das darf doch nicht wahr sein er las die Meldung noch einmal genau durch Wort für Wort dieser Knallkopf runde 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 rote flecken wenn sie sich einbinden fuhr der Pater mit lauter Stimme fort sie könnten hier den musikalischen Herrgott spielen und ihren verlausten Geschmack zur Staatsreligion machen dann haben sie sich in den Finger geschnitten mein lieber Schrott ihren bekloppten Hardrock können sie sich sonst wo reinschieben sie sind verhaftet sagte der erste Vorsitzende mit gepresster Stimme er wandte sich an den Henker block du sperrst den Pater ins Verlies der Henker blickte verdutzt auf den Pater und dann auf den Hofrat ich soll was bitte fragte er Nippo lächelte asiatisch Prinz Jakob kratzte sich unterm Stirnband während Marie Johanna zur Decke starrte wo es gar nichts zu sehen gab ich befehle dir den Pater ins Verlies zu sperren wiederholte Dr. Schroth leise und blickte den Henker fest an tja meinte Harvey Heavy Metal Block etwas verlegen dann spielt mal weiter euer Kasparo Theater sagte der Pater und schritt erhobenen Hauptes aus dem Übungsraum gefolgt von Harvey Block der an seinem Schlüsselbund herumnestete so ein Arsch brummte der Henker aufs Herz Kellertreppe der Pater tippte sich an die Stirn hör zu Harvey sagte er dann gib mir als erstes mal den Zweitschlüssel und außerdem den Schlüssel zum Weinkeller dann lässt du mir das Klavier bringen meinen Ohrensessel und die Dostoyevsky Gesamtausgabe aus meinem Arbeitszimmer und und Ofen sagte Harvey Block und grinste Richtig sagte der Pater Im Übungsraum herrschte betretenes Schweigen Endlich nahm Hofner Nippo seinen ganzen Mut zusammen und sagte gestatten sie eine Frage meine Lieder nicht dass ich etwas gegen Hardrock hätte aber ich bin Pakaschenist und für mich sagen wir mal für mich ist das nicht nicht so interessant ich meine Nippo brach ab und suchte nach Worten ich verstehe sagte der erste Vorsitzende gerade kam Harvey Heavy Metal Block wieder zur Tür herein Dr. Schroth sah ihn an Nippo Lauf wird dem Pater Gesellschaft leisten Henker und Hofner machten sich auf den Weg und nun zu ihnen wertes Fräulein sagte Dr. Schroth zur erschrockenen Marie Johanna ich nehme an dass auch sie dem Hardrock nichts abgewinnen können eine Antwort schien der Hofrat nicht zu erwarten sie dürfen sich als entlassen betrachten es steht ihnen frei am Schloss zu bleiben selbstverständlich unter einer Bedingung hauchte tapfer das Burg Fräulein keinerlei musikalische Betätigung Marie Johanna verschwand großlos für dich und Harvey Block geht ab jetzt folgende Regelung sagte Dr. Schroth zu Prinz Jakob montags bis donnerstags ist Probe jeweils von 14 bis 18 Uhr freitags ist frei samstags ist Konzert im Thronsaal jeden Samstag nur Gitarre Bass und Schlag zurück fragte Jakob verblüfft so ist es sprach der Lieder das Verlies lag direkt neben der Dienstwohnung des Hankers seine Frau Alice eine dicke und fröhliche Person war berühmt für ihre handfeste und schmackhafte Küche sie verwöhnte den Pater und Nippo Lauch mit allerhand Leckereien und Aufmerksamkeiten zum Frühstück gab es gebackene Eier mit Schinkenspeck kleinen Pfeffer Würsten und geschälten Tomaten es gab Obstsalat und frischen Joghurt Baguette und Butterhörnchen dazu Honig und selbstgemachte Konfitüre Nippo pflegte Tee zu trinken der Pater liebte starken Kaffee und Mineralwasser zum Mittagessen bot Frau Alice ihren Gästen wie sie gern sagte zwei verschiedene Menüs zur Auswahl an zum Auftakt gab es beispielsweise getrüffelte Gänseleber Pastete in Süßwein Gelee oder Lauchtorte Nippo war jedes Mal entzückt und danach entweder Steinbutt Filets auf Blattspinnen hat in einer leichten Creme Fraîch Soße oder aber überbackende Languste und Krebs Salat als Hauptgang schließlich eine zartrosa Flugente oder Pressehühner mit Mirabellen vielleicht auch Calcemedaillons oder Filet im Brotteig stolz vor Alice auf ihre traditionellen Desserts zum Beispiel luftigen Eierschnee mit Zitronenzucker wundervoll erfrischende Sorbets zart schmelzende Schokoladen Creme oder karamellisierten Apfelkuchen der Ofen warm serviert wurde Zum 5 Uhr Tee überraschte Alice Block ihre Gäste mit selbstgemachtem Konfekt Marzipantorte oder lockerem Nusskuchen Abends dann wenn Harvey von seinen Proben kam saß man in der gemütlichen Wohnküche der Henkers Leute und aß Roast Beef mit Bratkartoffeln Spaghetti oder asiatische Reisspezialitäten die Frau Alice auf besonderen Wunsch von Nippo Lauch zubereitete Für Pater Michael war es ein täglich neues Vergnügen vormittags nach dem Studium von Frau Alice Musik vorschlägen die passenden Weine aus dem wohlbestückten königlichen Keller auszuwählen Es gab dort einfach alles was das Feinschmecker Herz bekehrte alte würdige Bordeaux Gewächse berühmter Jahrgänger herrlich frische Weißweine aus dem Burgund und von der Loire italienischen Chianti Klassico und Stroh gelben Suave aber auch trocken ausgebaute Rheingauer und fruchtige Württemberger ganz zu schweigen von der reichen Auswahl an Champagner und alten Konjaks und uralten Armagnaks Oh mein Gott stöhnte Pater Michael so manches Mal im Angesicht dieser Schätze Nippo verbrachte die meiste Zeit auf einer bequemen Kauz mit Kopfhörern auf den Ohren Ab und zu übte er ein bisschen auf seinen Bongos oder spießt Schach mit dem Pater Dieser wiederum machte nach dem Essen gerne ein Nickerchen Danach pflegte er sich in seinen alten Ohrensessel zu fläzen und dem geliebten Dostoyevsky zu schmökern Nach dem gemeinsamen Abendessen leistete ihm HW-Blog oft und gerne Gesellschaft Manchmal kam auch Jakob und Marie Johanna zu Besuch Man redete über Gott und die Welt man lachte musizierte und sang die schönen alten Lieder Frau Alice Block die sich insgeheim schon immer eine große Familie gewünscht hatte saß glücklich mit ihrem Strickzeug am Herd und lauschte der schönen Musik Bei den Proben im Übungsraum war die Stimmung um einiges gespannter Der Prinz und der Henker klopften ihren Pflichtrhythmus ohne jede Begeisterung Harvey hat am zweiten Tag die Losung Dienst nach Vorschrift ausgegeben und dementsprechend hörte sich die Musik auch an herzlos und öde Die ersten Samstagskonzerte waren noch einigermaßen kimpflich über die Bühne gegangen in der Hoffnung auf Freibier waren sogar ziemlich viele Zuhörer erschienen aber schon beim dritten Auftritt spielte das schrotische Hardrock Trio vor halbleerem Saal Das nächste Konzert musste ausfallen bei zur Erbitterung des ersten Vorsitzenden nur ganze zwei Zuhörer gekommen waren Dr. Schroth erließ prompt eine Verfügung aufgrund derer die Bauern aus der Umgebung gezwungen waren jeden Samstagabend im Thronsaal anzutreten und das Hardrock Trio anzuhören Den armen Bauern blieb zwar nichts anderes übrig als der allwöchentlichen Zwangsvorladung nachzukommen aber sie saßen mit demonstrativer Lustlosigkeit auf ihren Stühlen und hoben nur selten die müden Hände zum Beifall die meisten hörten sowieso nichts weil sie sich vor dem Gang zum Schloss die Gehörgänge sorgfältig mit Oropax vollgestopft hatten trotz der höllisch laut Musik sah man immer öfter schlafende oder sogar lautheits schnarchende Zuhörer im Publikum nennen nennen nehmen wir die wahrheit ruhig beim namen das hardrock trio des dr schroth war ein reinfall ein totaler flop selbst der erste vorsitzende musste das zur kenntnis nehmen man verzichtete auf die allwöchentlichen Konzerte und trat nur noch einmal im Monat vor das angewiderte Publikum die Bauernburschen verloren im lauf der Zeit sämtliche Hemmungen Harvey Block erzählte eines abends dem amüsierten Pater die Zuhörer hätten nicht bloß wie sonst aufhören und buh geschrien sondern dem Vorsitzenden sei mitten im großen Gitarren Solo eine reife Tomate an den Kopf geflogen hinten im Saal habe irgendjemand eine Stinkbombe losgelassen fortan wurden die Bauern vor dem Betreten des Thronsaals gründlich gefilzt im übrigen hielt sich so gut wie niemand im ganzen Land an die Hardrack Verordnung des Vorsitzenden Dr. Schroth jeder sang Phil fiedelte und blies wie es ihm gefiel die Schallplatten Händler machten Geschäfte wie nie zuvor wenn auch unter dem Ladentisch dem eintönigen Radioprogramm hörte kein vernünftiger Mensch mehr zu umso mehr aber entdeckten die Leute wie schön es ist selber zu musizieren als der König frühmorgens mit den drei englischen Rock Veteranen das Polizeirevier verließ staunte er nicht schlecht über Nacht war der Winter gekommen draußen lag friedlich und dick der Schnee ich schätze sagte Alexis Connor mit rostbelegter Stimme wir machen uns auf Richtung Süden okay sagte Eric Burden und John Mayall nickte dann mach's mal gut sagte der König und gab den Genossen die Hand bye sagte Alexis freundlich so long sagte John Eric hob die Hand zum Abschied der König zog frierend den Kragen zusammen lief rasch in die nächste Wirtschaft und bestellte ein kleines Frühstück mit Rohsaft und zwei Eiern im Glas gerade las er behaglich im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung als sein flotter älterer Herr eintrat den schneebedeckten Reisemantel herunterschüttelte irgendetwas von Sauwetter murmelse und mit dem Wort gestatten an des Königs Tischplatz nahm sie sind Musiker fragte der Neuankömmling mit einem Seitenblick auf des Königs Gitarre ja antwortete der König und faltete die Süddeutsche Zeitung zusammen gerade hatte er einen mutig besonnenen Artikel von Joachim Kaiser zu lesen begonnen ein brillantes Stück Kulturkritik mit deutlichen Anspielungen auf den Hardrock Erlass des ersten Vorsitzenden Dr. Schroth wenn der König etwas nicht leiden konnte dann waren es langweilige Frühstücks Gespräche aber er war gut erzogen und von Natur aus ein höflicher Mensch welche Art von Musik machen sie denn nervte der Fremde das ist erwiderte der König ich singe Lieder und spiele ich frage nur deswegen unterbrach der andere weil ich selber ebenfalls Musiker bin ein nicht ganz unbekannter Musiker wenn sie mir diese Bemerkung gestatten er trommelte lächelnd mit den manikürten Fingern auf die Tischplatte mein Name ist Walter von der Vogelweide angenehm log der König mein Name ist King nun Herr King ein Glas Shampoos unser Kollegen wäre doch wohl jetzt das einzig Wahre rief Herr von der Vogelweide leutselig und rief sich die Hände Bedienung das blonde Fräulein kam herbei und sagte gelangweilt was bitte der Vogelweide musterte den beachtlichen Ausschnitt des blonden Geschöpfes und ließ dann den prüfenden Blick abwärts gleiten ein solch herrlicher morgen muss gefeiert werden verkünderte er munter bringen sie uns Champagner schönes Fräulein wir haben nur Schaum Wein liss bitte das Bedienungs Mädel macht nix her damit befahl Herr von der Vogelweide und charmant fügte er hinzu dein Gläschen werden sie uns doch hoffentlich Gesellschaft leisten das Fräulein entschwebte mit hochrotem Wangen und kam schon bald mit erneuertem Makeup einer Flasche Hausmark und drei Gläsern zurück Herr von der Vogelweide ließ den Korken knallen verschüttete ein wenig Schaumwein in den großen Ausschnitt der Blonden brachte das Malheur unter galanten Entschuldigung mit einem rasch hervorgezogenen Ziertüchlein routiniert wieder in Ordnung und füllte schließlich die Gläser er erhob sich und deutete eine leichte Verbeugung an wobei er dem Fräulein tief in die Augen blickte gestatten sie dass ich mich zunächst einmal vorstelle mein Name ist weiter von der Vogelweide nein hauchte das Fräulein erschrocken und hielt die Hand vor den Mund doch sagte fröhlich der Prominente und hob das Glas als dann Prösterchen die Blonde verschluckte sich und lief dunkelrot an Herr von der Vogelweide klopfte ihr väterlich auf den Rücken streichelte ihr behutsam über die Schenkel und sagte na es geht ja schon wieder erschöpft nickte das Fräulein der Vogelweide nahm einen großen Doppelschluck schenkte sich nach und wies auf den König darf ich noch Herrn King vorstellen der König verwirkte sich Herr von der Vogelweide rückte dicht zu dem immer noch mitgenommene Mädel und flötete und wie heißt denn das schöne Kind Babsi flüsterte das schöne Kind der Vormittag verging wie im Fluge Herr von der Vogelweide erzählte aus seinem ereignisreichen Leben von seinen großen Erfolgen und von seinen zahlreichen Abenteuern er streifte flüchtig seine Anfänger als Schauspieler und Schaumaster und ging umso ausführlicher auf jene mittlere Phase seines Künstlerlebens ein in der er plötzlich die Berufung in sich verspürt habe Minnesänger zu werden Herr von der Vogelweide sondern der Größte Bis zum Mittag waren vier weitere Flaschen Schaumwein geleert wobei sich der König mit insgesamt zweieinhalb Gläschen sehr zurückgehalten hatte Herr von der Vogelweide hantierte mittlerweile ungeniert an der kichernden Babsi herum und erbrach seine Erzählungen immer wieder einmal mit lustigen Scherzen wie ein Küsschen in Ehren oder machte artige Komplimente über die vielversprechenden Aussichten die das gewaltige Dekolleté des Fräuleins dem Kenner böte Gegen halb drei betrat ein älteres Ehepaar die Wirtschaft und nahm in der gegenüberliegenden Ecke Platz Bedienung rief der ältere Mann aus der anderen Ecke Huch machte Babsi rutschte dem verdutzten Vogelweide vom Knie und zupfte sich den Rock zurecht Hey hier geblieben Der Sänger griff nach der kichernden Babsi Zu dem Ehepaar gewarnt sagte er laut und fröhlich Heute gibt's keine Bedingungen verstanden aber wenn sie ganz ganz lieb und artig sind dürfen sie vielleicht ein Gläschen Champos mit uns trinken auf unser Wohl natürlich klar er lachte den König brüllend an Na wie war das fragte er und zog das blonde Gift energisch auf seinen Schoß zurück Der König schwieg betreten Das Ehepaar stand auf und machte sich auf den Weg zur Tür Halt rief Walter von der Vogelweide und warf sein Glas hinter sich Moment Er entließ die strampende Babsi aus seinem Klammergriff und stand auf und wendete sich leicht schwankend gegen das ältere Paar Sie wissen wohl nicht wen Sie Vorsicht haben rief er mit plötlichem Zorn Ich äh Walter von der Vogelweide jawohl der größte Volkssänger und Entertainer aller Vorzeiten damit es klar ist etwas Respekt meiner Herrschaft wenn es recht ist Der ältere Mann zog seine wie gelähmt starrende Ehehälfte rasch aus der Tür Herr von der Vogelweide ließ sich auf den Stuhl fallen und leerte wütend sein Glas Diese Balausen murmelte er mit geballter Faust Babsi tröstete ihn mit zwei Küsschen und entkorkte schnell eine neue Flasche Beide hatte sich der sensible Künstler wieder beruhigt Er schien den kleinen Zwischenfall vergessen zu haben und begann zu erzählen wie er dem österreichischen Herzog Leopold dem sechsten dem alten Troll und seiner Frau Theodora dieser bizanitischen Kuh um ein Haar das ihm schon längst zustehende Lehen in der Steiermark aus den Zähnen gerissen habe Im letzten Moment sei die Sache aber aufgrund einer miesen Intrige leider schief gelaufen Er werde es diesen kleinkarierten Gaunern schon nach Heim zahlen Zuletzt rief er drohend Er habe schon mit dem Gedanken gespielt in die Politik zu gehen Der Kollege Reagan habe ja schließlich gezeigt wie man sowas macht Oh was soll's rief weiter von der Vogelweide mit dramatischer Gebärde Soll ich mich auf diese schmutzigen Hände einlassen so ausgerechnet ich will die Finger dreckig machen Er kippte sein Glas auf Ex Bubsy hing bewundernd an seinen nassen Lippen Er tätschelte ihren Arm Ich glaube wir brauchen jetzt was handfestes Bring mal drei große Bier und eine Runde mein Caesar Es war spät nachmittags nach vielen Bieren und allerhand Schnäpsen als Herr von der Vogelweide plötzlich erschrocken auf die Uhr schaute Ohje stöhnte er Wir haben ja schon sechs Uhr Verdamm ich muss sofort in die Stadt ich habe dann nämlich ein Konzert Traurig blickte er in die Runde Was mache ich bloß Er stierte lange auf den König Du könntest wie war noch dein Name die Leute erstmal ein bisschen aufhalten unterhalten Ich komme dann später Er wählte mit der Hand und stieß wiederholt auf Als Höhepunkt Show Auf diese Weise kam der König zu seinem ersten Konzertauftritt Im Nachhinein darf man ja muss man sogar sagen gerade dieses Konzert den eigentlichen Durchbruch in der künstlerischen Laufbahn unseres Königs brachte Dabei hatte sich der Abend wirklich nicht sehr günstig angelassen Das Publikum in der etwa zur Hälfte ausverkauften Stadthalle war auf weiter von der Vogelweide eingeschworen und auf sonst nichts Ein Vorprogramm hatte kein Mensch erwartet und als der König die Bühne betrat wurde er mit Ablehnung und Feindseligkeit empfangen Langanhaltendes Buh war zu hören Betrug schrie jemand von hinten Doch schon nach den ersten beiden Stücken Fifty Ways To Leave Your Lover von Paul Simon und Yesterday von Paul McCartney wurde es still im Saal Der König fasste sich an Herz und sang zum ersten Mal vor der Öffentlichkeit ein selbst komponiertes Lied Es hieß Jetzt und Heute und war eine traurige Ballade über die vergeblichen Bemühungen um ein nicht entfremdetes Leben in der hochmittelalterlichen Aufbruchsgesellschaft Der schlichte aber präzise Text dieses Liedes im Verein mit der nachdrücklich melancholischen Melodie und den satten Akkorden die ständig an ein längst vergangenes Glück zu erinnern schien obgleich jede harmonische Wendung aufs Neue überraschte All das bekehrte auch den letzten Zweifler am Saal Die Zuhörer waren schier verzaubert vom bittersüßen Klang dieser Stimmung und von der emotionalen Kraft des Liedes Ein langer und starker Beifall entbrannte Der König musste sich wieder und wieder verbeugen Man ließ ihn buchstäblich kaum weiter singen Der Rest des Abends stand zumindest für unseren König unter einem guten Stern Er sang beinahe alle seine Lieblingslieder Er sang nahezu drei Stunden Das Publikum erklatschte eine Zugabe nach der anderen Als der König gerade Uma Vesum Caso von Edu Lobo beendet hatte einen der schönsten Songs die jemals geschrieben worden sind hörte er hinter sich aus der Kulisse ein scharf gezüchtes Genug jetzt ging mal Schluss Es war weiter von der Vogelweide Die Kritiker priesen den ersten Konzertauftritt des Königs als wahre Überraschung als die Sensation der Saison und als Wohltat Der von der Vogelweide bekam anerkennende Worte zu hören für den Mut ein solches Kaliber als Vorprogramm zu präsentieren sein eigener musikalischer Beitrag wurde mit keiner Zeile gewürdigt Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte unter der Schlagzeile das Vorprogramm und das Hauptprogramm Eine kritische Betrachtung die ein Walter von der Vogelweide kein gutes Haar ließ und den König in den Himmel lobte Mit keinem Wort wurde in dieser scharfsinnigen Analyse auf die musikalischen Inhalte eingegangen Vermutlich aus taktischen Gründen das heißt um den König keiner unnötigen Gefahr auszusetzen denn schließlich war ja der Hard Frog Erlass des Dr. Schrot damals noch in Kraft wenn auch nur auf dem Papier Herr Walter von der Vogelweide machte dem König mit gemischten Gefühlen das Angebot weiterhin für ihn das Vorprogramm zu bestreiten Er könne zwar beim besten Willen außer Spesen nicht zahlen sagte der Vogelweide aber dafür habe der König ja schließlich die Chance vor einem großen Publikum aufzutreten ein Werbeeffekt der letztlich höher einzuschätzen sei als schnödes Geld Der Altprofi sollte in ungeahnter Weise Recht behalten seine Konzerte waren bald in aller Munde schon Wochen im Voraus wurden die Eintrittskarten auf dem Schwarzmarkt zu Fantasiepreisen gehandelt nur kamen die Leute was Herr Walter anfänglich nicht wahrhaben wollte nicht so sehr wegen der groß angekündigten Hauptattraktion des Abends sondern wegen The King wie unser König schon bald in der Szene genannt wurde Während der großen Pause nach der letzten Zugabe des Königs sah man die Jugend scharenweise aus dem Saal strömen Draußen vor der Halle wurden die Eintrittskarten dann weiter verscherbelt meistens an ältere Damen die bereits ungeduldig Schlange standen ein faires Geschäft ohne Frage denn auf diese Weise genossen die jungen Leute die Konzerte des Königs zum Nulltarif und der harte Kern der eingeschworenen Walterfans musste sich nicht durch ungewohnte Klänge irritieren lassen Für Herrn Walter von der Vogelweide hatte der Erfolg des Königs auf den ersten Blick jedenfalls durchaus seine Vorteile ganz abgesehen von den stattlichen Summen die er allabendlich einsteckte der alternde Mindelsänger erlebte ihr Windschatten seines musikalischen Patenkindes wie er vor der Presse zu sagen pflegte noch einmal einen späten Aufschwung so konnte er zum Beispiel in jenen Wochen auf dem Gebiet der Liebe ein paar schöne Erfolge erzielen Herr von der Vogelweide beschloss den König noch eine Weile unter seinen Fittichen zu behalten Never change a winning team schmunzelte er gerne beim Zähn der Abendkasse Eine Woche vor Weihnachten ging die Tournee zu Ende Am Abend nach dem letzten Konzert war der König durch Zufall in eine Studenten Kneipe geraten wo er in Ruhe noch ein Bier trinken wollte Er saß müde und glücklich an einem Ecktisch und rauchte eine Zigarette weiter von der Vogelweide hatte ihm zum Abschluss der erfolgreichen Tournee eine Gratifikation von stattlichen tausend Talern ausgezahlt und ihm den Rat mitgegeben erstmal ordentlich auszuspannen er selbst werde so hatte der Mindelsänger beiläufig gesagt und eine Zigarette aus einem silbernen Etui gefischt die Festtage bei Springers auf Sylt verbringen und anschließend mit Ex-Kaiserin Soraya bisschen abgelaufen aber nett in St. Moritz einen längeren Skiurlaub machen Hallo sagte plötzlich eine fröhliche Stimme wenn ich mich nicht täusche bist du der King der vor zwei Stunden so schöne Lieder gesungen hat neben ihm hatte ein Mädchen Platz genommen das ihn neugierig musterte das Mädchen hatte ein hübsches Gesicht mit Sommersprossen braune Locken und lustige Augen ich wollte schon immer meinen prominenten Sänger kennenlernen sagte sie lachend wie fühlt man sich denn so als Superstar ihre Stimme hatte einen angenehmen ironischen Unterton der dem König aus der ersten Verlegenheit half Gott sei Dank fühle ich mich noch ganz normal entgegnete er und lächelte ebenfalls es wurde eine lange und anregende Unterhaltung natürlich sprach man über Musik wobei sich rasch herausstellte dass der König und das Mädchen einen verblüffend ähnlichen Geschmack hatten Der König erzählte ein bisschen vom Leben on the road und über die falschen Vorstellungen die sich viele Leute vom Musiker Dasein machten Man redete über das kalte Winterwetter und über gemütliche Kneipen Man streifte kurz die politische Lage und entdeckte lachend die gemeinsame Vorliebe für das Buch Erwin Als der Wirt um halb zwei abkassierte waren der König und das Mädchen die letzten Gäste Der König zahlte Merci sagte das Mädchen blickte dem König in die Augen und gab ihm einen überraschenden Kuss auf die Wange Vielleicht sehen wir uns mal wieder fügte sie hinzu und verschwand Feierabend mahnte der Wirt Im Hotelbett ein paar schlaflose Stunden später schlug sich der verliebte König je links an die Stirn Er knipste das Licht an ging zum Fenster und sah auf die Schneeflocken im Schein der Straßen Laterne Ich Idiot dachte er gequält Ich habe dachte der König beim Aufwachen und wenn ich Abend für Abend in dieser Kneipe verbringe Ein paar Minuten später saß er im schlecht geheizten Frühstückszimmer vor einem dünnen Café und überflog geistesabwesend dem Wohnungsmarkt in der Tageszeitung Über dem Winter musste er unbedingt eine feste Bleibe finden Am besten ein ruhiges möbliertes Zimmer Er wollte neue Songs schreiben und für die geplante Frühjahrstournee mit Walter von der Vogelweide ein völlig anderes Programm einstudieren Schon der bloße Gedanke an dem Vogelweide schlug dem König auf den Magen Er stellte den Kaffee weg und machte sich wieder an die Lektüre der Wohnungsanzeigen Schöne möblierte Einzimmerwohnung las er an ruhige ältere berufstätige Dame zu vermieten keine Ausländer Studenten Haustiere oder Kleinkünstler wünscht Der König machte einen Strich durch die Anzeige Punk Wohngemeinschaft sucht geilen Sänger James White Zip Wishes oder ähnliches Nur für Eisenharten Knecht Tipis etc Zwecklos Der König machte wieder einen Strich Einzimmer Apartment in zentraler Lage Komfortabel Aufzug Müllschlucker Komplett eingerichtete Küche Sehr preiswert an national gesünd Verbindungsstudenten zu vermieten Der König seufzte Lockenkopf sucht musikalischen Untermieter Das hätte er gerne gelesen Aber leider kommt so etwas ja nur Märchen vor Der König wollte schon aufgeben Da stutzte er Schönes Zimmer in ländlicher Umgebung nur an friedlichen Menschen zu vermieten Das wär's doch vielleicht sagte der König Er notierte sich die Adresse und machte sich auf den Weg zum Bahnhof Die Anzeige war lediglich mit einem Ortsnamen der dem König nicht viel sagte Die Zugfahrt dauerte eine Stunde Dann musste der König auf einen klapprigen Bahnbus umsteigen und landete nach einer weiteren halben Stunde in einem gottverlassenen Nest das aus drei Häusern einer Kirche einem Friedhof und einer Wirtschaft bestand Die Dächer trugen dicke Schneemützen kein Laut war zu hören aus dem dünnen Bimmeln des Kirchturm Glöckchens Der König stapfte zum Wirtshaus und betrat die Schankstube Eine steinalte Frau mit dickem Wollschal putzte den Tresen Der König musste seine Frage zweimal sehr laut wiederholen bis die Alte verstanden hatte Der Müller wohnt über dem Berg immer den Weg entlang hinterm Friedhof ungefähr eine halbe Stunde dann sehen sie unten im Tal die Mühle Der König schütterte sein Gepäck und ging in die Kälte hinaus Es schneite schon wieder Der König froh und das Laufen im tiefen Schnee war mühsam und anstrengend Die Kirchturm Glocke war noch lange zu hören Der König marschierte mit weißem Atem den stillen Berg hinauf Einmal rutschte er aus und verstauchte sich schmerzhaft den linken Knöchel Wie soll ich Scheiße Schließlich ging es wieder bergab und bald sah der König unten im Tal die Mühle Erschöpft und fluchend humpelte er darauf zu während seine Gedanken um ein hübsches Gesicht mit lustigen Augen Sommersprossen und braunen Locken kreisten Endlich erreichte er die Mühle Er stellte das Gepäck und die Gitarre ab verschnaufte einen kurzen Moment und klopfte an die Tür Von drin waren Schritte zu hören Dann öffnete sich die Tür und der König hatte eine Erscheinung Er blickte in ein hübsches Gesicht mit lustigen Augen Sommersprossen und braunen Locken Nach einer winzigen Ewigkeit sagte die fröhliche Stimme die der König bereits kannte Wenn du den Mund noch länger offen lässt könnte es vielleicht hineinschneien Der König hatte das Gefühl als würden seine Knie jeden Da aber heraus das Mädchen sagte Komm doch erst mal rein Der König trat in den Flur und überlegte ob er wohl gleich aufwachen und an die Hoteltapete stieren würde Wie hast du denn bloß meine Adresse herausgefunden fragte das Mädchen lächelnd Das ist ja irre antwortete der König Ich bin wegen der Anzeige hier wegen dem Zimmer Ach so lachte das Mädchen Ich dachte schon du seist wegen mir gekommen Bevor der König weiter stottern konnte rief die Müllers Tochter laut Vater komm mal her ein Untermieter Kandidat ist aufgetaucht Der König zog den Mantel und die nassen Stiefel aus hängte die Mütze an den Haken und folgte dem Mädchen in die gute Stube Ein Kachelofen bollerte in der Ecke es roch nach Kaffee und Kuchen Durch die beschlagenen Fensterscheiben konnte man die verschneiten Wiesen trat ein kleiner dicker kahlköpfiger Mann mit einer funkelnden Brille Er trug eine Art Hauskittel und hatte große Pantoffeln an den Füßen Vater das ist der Herr King er möchte das Zimmer mieten Angenehm Müller sagte derselbe lächelte lebhaft und gab dem König eine feste trockene Hand Sie sind an dem Zimmer interessiert so dann wollen wir uns doch erst mal setzen bitte sehr Die beiden Männer setzten sich an uns eine Tasse Kaffee Conja könnte bei dem Wetter auch nichts schaden und vergiss den Streuselkuchen nicht Er wendete sich freundlich an den König Darf ich Sie fragen Herr King sagte der König Herr King vor der Müller fort Was sie vom Berufswegen so treiben Hinter seiner Brille blickten die gleichen schalkhaften Augen die der König von dem Mädchen erkannte Es ist ja nicht bei allen und bevor der König auf die Frage antworten konnte Ich bin ich spiele also wie soll ich sagen das heißt begann der König und bekam urplötzlich eine jehe Angst der Müller könnte vielleicht aus irgendeinem Grunde etwas gegen Musiker haben Panikartig suchte er nach Worten als die Müllers Tochter mit dem Tablett an den Tisch trat und sagte er ist Musiker ein sehr talentierter sogar offenbar hatte sie die Frage des Vaters durch die offene Tür gehört der Müller blickte seine Tochter erstaunt an Woher weißt du das denn Das Mädchen machte eine vielsagende Miene stellte die Kaffeetassen auf den Tisch und sagte als ob das die selbstverständlichste Sache der Welt sei Du wirst lachen Vater ich habe ihn sogar schon gehört gestern Abend in der Stadthalle Er hat das Vorprogramm von Walter von der Vogelscheuche bestritten Ach Sie waren das natürlich King der Name war mir doch irgendwie geläufig rief der Müller und kramte hektisch auf der Ofenbank Hier sagte er eifrig und deutete auf die Tageszeitung Sie haben ja eine Mordskritik bekommen Gratuliere Dem König fiel ein Mühlstein vom Herzen Herr Müller schenkte Kognak ein hob sein Glas und sagte feierlich Willkommen unter unserem bescheidenen Dach Herr King Bei Kaffee und Sträußekuchen erfuhr der König an diesem Nachmittag dass der Müller schon immer ein großer Freund der Musik gewesen war In seiner Jugend habe er davon geträumt als Saxophon in einer Jazzband zu spielen erzählte der bewegliche kleine Mann Kennen Sie Charlie Parker Sie kennen Charlie Parker nicht Charlie Parker war der größte ein Genie Der Müller war schwärmerisch eine Kusshand Richtung Zimmerdecke Sie müssen Charlie Parker kennenlernen Ich werde Ihnen sofort eine Platte vorspielen Er wollte aufspringen wurde aber von seiner Tochter am Arm festgehalten Bitte bitte Vater sagte sie mit etwas übertriebenem Schmollmund nicht gleich nicht jetzt lass uns doch erstmal in Ruhe Kaffee trinken Na gut sagte der Müller aber dann später Er nahm wieder Platz und erzählte wie der Scheiß Krieg einen Strich durch seine Jugendräume gezogen habe leider Auch habe er nach dem viel zu frühen Tod seiner lieben Frau Mühle übernehmen müssen An dieser Stelle wurde der lebhafte Mann einen Moment lang sehr ernst legte aber gleich darauf liebevoll auf seine Tochter außerdem habe er dem werten Fräulein das hier neben ihm sitzt in ihrem Säuglingsalter nicht das unstete Leben eines Jazzmusikers zumuten wollen Ich hätte sie doch schlecht im Saxophon Koffer durch die verrauchten Jazzclubs schleppen können oder sagte der Müller Nun ja schloss er Mit dem Traum Aber das Müller da sein das sei auch nicht übel außerdem wesentlich gesünder und schließlich spiele er ja hin und wieder in seiner Freizeit auf dem Eidsaxophon nur für Sicherheit nichts besonderes nur so aus Spaß und erfreut Hin und wieder ist gut sagte seine Tochter er spielt dummerweise jeden Tag Der Müller blickte tief beleidigt in sein Konjak Glas Dann sagte er zum König Ich muss schon deswegen so ausspielen damit ich den Gesang meiner Tochter nicht höre reine Notwehr Das Mädchen versuchte ihrem Vater in die Seite zu boxen aber der wich geschickt aus so dass die Müllers Tochter um ein Haar mit dem Stuhl umgekippt wäre Nach dem Kaffee zeigte Herr Müller dem König das Zimmer Es war ein freundlicher heller Raum im ersten Stock der Mühle Aus dem Fenster konnte man das Tal Neben dem Bett mit der karierten Decke stand ein fester Tisch mit einem Stuhl davor An der gegenüberliegenden Wand sah der König einen großen Bauernschrank daneben ein Waschbecken mit Spiegel In der Ecke knisterte ein Ofen Über dem Bett an der Wand hing ein gerahmtes Foto Etwas unscharf zeigte es einen pummeligen dunkelhäutigen Mann in einem altmodischen Zweireiher der ein Saxophon in der Hand zielt Charlie Parker sagte Herr Müller Das Zimmer gefällt mir sehr sagte der König Na fein freute sich Herr Müller und nahm seinem neuen Untermieter das Versprechen ab bei einem Gläschen Wein nach dem Abendessen wenigstens eine Platte des genialsten Saxophonisten aller Zeiten anzuhören Es wurde ein wunderschöner Abend trotz der eigenwilligen Musik die der König nie zuvor gehört hatte Der Tochter verzog manchmal das Gesicht hinter dem Rücken des Vaters Kurz vor Mitternacht entschuldigte sich der Müller für einen Moment mit den Worten Er müsse nur rasch etwas holen Der König sagte zum Mädchen Darf ich dir schnell zwei Fragen stellen? Nur zu lächelte die Müllers Tochter Warum hat dein Vater in der Anzeige ausdrücklich einen friedlichen Untermieter gesucht? Warte bis du ihn In diesem Moment kam der Müller freudestrahlend in die Stube zurück In der Hand hielt er ein altes sorgfältig poliertes Saxophon Bitte nicht bettete Charlie bzw. Caroline Müller Es ist doch schon so spät Na und? protestierte ihr Vater Ich will es nur mal ganz kurz zeigen Er schloss die Augen und begann sehr laut zu spielen Caroline Müller zog eine schmerzliche Grimasse Der König hörte höflich zu Eine Stunde später gingen überall in der Mühle die Lichter aus Herr Müller dachte vor dem Einschlafen an Charlie Parker Caroline Müller dachte vor dem Einschlafen an den König und wunderte sich was es doch für verrückte Zufälle gab Der König dachte an Caroline Müller und konnte vor Herzklopfen kaum einschlafen Am heiligen Abend saß der erste Vorsitzende Dr. Schroth allein im Thronsaal trank zwei Gläschen Sekt Schorle und grübelte über das schier unlösbare Problem nach wie man die Konzerte seines Hartrag Trios wieder attraktiver gestalten könnte verdammt nochmal unten im Keller in der Dienstwohnung des Hankers saß eine fröhliche Runde um den Küchentisch und verspeiste die wunderbar knusprige Pute die Frau Alice Block unter dem lebhaften Beifahr der Gäste auf den Tisch gebracht hatte es gab Klöße und Apfel Rotkraut und dazu selbstverständlich einen erlesenen Roten in der Ecke stand ein großer festlich geschmückter Weihnachtsbaum nach dem Essen griff Vater Michael in die Tasten und die Tischrunde stimmte eines der schönen alten Lieder an Marie Johanna sang die Oberstimme der bedrönte Jakob hielt ihr unter dem Tisch die Hand und improvisierte sehr gewagte Nebenmelodien Nippo Lauch und Frau Alice Block vertraten die Mittellage während der Henker und Pater Michael im Bassregister für ein solides Fundament sorgten In der Mühle saß man nach dem Essen noch lange am Kachelofen Der König hatte für Herrn Müller auf dem Schwarzmarkt eine Platte mit bisher unveröffentlichten Charlie Parker Aufnahmen besorgt Die Platte hieß Bird The Savoy Recordings Master Takes Und Herr Müller war vor Freude wie ein kleiner Junge unter dem Weihnachtsbaum herumgesprungen Seine Tochter hatte ihm ein paar super leichte japanische Kopfhörer geschenkt die er nun schon seit Stunden auf dem kahlen Schädel trug Ah fantastisch rief er immer wieder viel zu laut Der König plätterte in den Briefen von Gustav Flaubert ein Geschenk der Müllers Tochter Caroline blickte schon den ganzen Abend versonnen in den warmen Schein einer kleinen Taschenlampe die der König bei einem Trödler aufgetrieben hatte Am unteren Rand des gläsernen Lampenschirms konnte man die eingeätzten Worte Mullah Fräß erkennen in winziger Schrift Caroline Müller am allermeisten Es war schon spät lange nach Mitternacht Herr Müller hörte unter seinen Kopfhörern weiter immer noch die legendären Cervoy Aufnahmen und schrie in regelmäßigen Abständen Spitze Irre oder Super Da nahm sich der König ein Herz Er beugte sich nah ans Ohr der schönen Müllers Tochter Kinder schrie in diesem Moment der treuste Verehrer Charlie Parkers Das ist ja der echte Wahnsinn Bald ging es auf das Frühjahr zu Überall klatschte der nasse Schnee von den Dächern und von den Bäumen Die Flüsse traten über die Ufer immer öfter brach die Sonne durch die Wolken Mit einem Wort es herrschte Tauwetter Der erste Vorsitzende Dr. Schroth hatte in diesen Wochen den ursprünglich sehr strengen Hardrock Erlass durch mehrere neue Aufführungsbestimmungen gelockert Nicht etwa dass sich in Herrn Dr. Schroth ein Gesinnungswandel verzogen hätte war ACDC nach wie vor das musikalische Grundgesetz nur hatte er zähneknirschend einsehen müssen dass der Hardrock Erlass ein Schuss in den Ofen gewesen war Hardrock sagte ihm sein musikalischer Geheimdienstchef Remigius Schmudorf eines Tages mit schneidender Offenheit ins Gesicht gesagt habe laut Auskunft des Nachrichtendienstes während der Herrschaftsperiode des ersten Vorsitzenden ganz gewaltig an Beliebtheit verloren außerdem war es in letzter Zeit zu einer Reihe von besorgniserregenden Vorfällen gekommen die dem Herrn Dr. Schroth schlaflose Nächte bereiteten angefangen hatte die Bescherung kurz nach Silvester mit einer Punk Revolte in der Küche des Palastes nur mit Mühe konnte der Aufstand niedergeschlagen werden doch seither war der Teufel los beinahe täglich wurden aus allen Teilen des Landes Terroranschläge und Sabotage Aktionen gemeldet zu denen sich nicht nur sogenannte New Wave Gruppen bekannten beispielsweise Auswurf Kotzbrocken oder ideale Krampfadern zunehmend auch konservative bis reaktionäre Kapellen die unter so merkwürdigen Namen wie die Egerländer SED oder Franz Emu Stiftung auftraten Seit Seit der Ausführungsbestimmung Nummer 3 zum Hardrock Erlass also seit Anfang des neuen Jahres durfte jeder Bürger unter Hardrock verstehen was immer er wollte Prompt wurde sogar Udo Jürgens Hans Lars ja selbst Otto Walkes als Hardrock verkauft Ein Etikettenschwinde ungeheuren Ausmaßes hob an Es ging drunter und drüber Geheimdienstchef Schmuddorf beschwor den ersten Vorsitzenden eindringlich zu den Thronseilkonzerten die im Volksmund schon längst Drönseilkonzerte genannt wurden in Zukunft jeweils einen Gastsolisten einzuladen Nur so meine Lieder können sie den Feind wirksam kontrollieren rief Herr Schmuddorf mit rotem Kopf Das leuchtete dem Vorsitzenden ein Um bei der Bevölkerung einen guten Eindruck zu machen erließ er eine musikalische Generalamnestie für alle Regimegegner mit Ausnahme der radikalen Punkbewegung und der orthodoxen Free Jazz Fraktion Der Terrorismus egal ob von rechts oder von links verdient kein Pardon rief Dr. Schroth im Fernsehen und versuchte so entschlossen auszusehen wie Ronald Reagan in der Rolle des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Ampater Michael und Nippo Lauch ergingen in diesem Tag das verschlüsselte Angebot unter bestimmten Bedingungen über die gesonderte Verhandlungen geführt werden müssten wieder bei der Hofband einzusteigen Pater Michael lehnte dankend ab Nippo Lauch bat um Bedenkzeit Die Frage des Gastsollisten bei den Thronseilkonzerten bereitete dem ersten Vorsitzenden einiges Kopfzerbrechen Der Gaststar Musste einerseits populär genug sein um möglichst viele Zuhörer anzulocken andererseits konnte er Dr. Schroth sich ja nicht einfach die Schau stehen lassen So ging's ja schließlich auch nicht Ein Mittelweg musste gefunden werden Ein kluger Kompromiss Vielleicht sollte man irgendeinen talentierten Newcomer auftreiben Ein neues Gesicht ohne große Erfahrung Jawoll dachte Dr. Schroth Das ist es Der erste Vorsitzende ließ seinen Generalsekretär antreten und befahl ihm zum nächsten Thronseilkonzert Anfang März jenem komischen Musiker herbeizuschaffen den die Kritik so einhellig als Entdeckung der Saison angepriesen habe Meinen Sie den jungen Mann mein Lieder den die Opposition The King nennt? fragte der Generalsekretär Genau den sagte Dr. Schroth Der König verlebte glückliche Tage Nach dem Frühstück übte er meistens ein bisschen Gitarre Wenn der Müller zum Saxophon griff ging der König mit Caroline über die matschigen Feldwege spazieren Die Nachmittage verbrachte der selige Untermieter gewöhnlich in seinem Zimmer Er döste auf dem Bett las oder schaute einfach aus dem Fenster Erst nachts wenn Vater Müller und Caroline schon schliefen setzte sich der König an den Tisch und versuchte neue Songs zu schreiben Das war ein mühsames Geschäft und so manche Nacht verträumte der König bis zum Morgengrauen unter der Lampe ohne dass er eine einzige Zeile beziehungsweise eine einzige Melodie die Phrase zu Papier zu Papier brachte Eines Nachts ging zwei Uhr wieder einmal wollte dem König partout nichts rechtes einfallen klopfte es leise an die Tür Es war die Müllers Tochter Komm sei kein Frosch sagte sie zärtlich und zog dann den sprachlosen König in ihre Schlafkammer Später an derselben Nacht sagte der König Caroline hättest du Lust mit mir zusammen zu leben Wir leben doch zusammen sagte Caroline und lachte ganz leise ins Ohr des Königs Nein ich meine so richtig sagte der König Vielleicht mal sehen murmelte Caroline Warum eigentlich nicht Nach einer längeren Pause sagte der König Stell dir mal vor ich wäre ein richtiger König Oh nein hör auf das wäre ja grauenhaft stöhnte Caroline das wäre entsetzlich Du als König und ich als Königin Nein da kommt es mir schon hoch wenn ich nur dran denke immer nur fein sein immer ete petete immer Hofstadt machen immer die Klunke am Hals und die Krone auf dem Kopf in der doofen Kutsche rumfahren und den armen Leuten zuwinken Nee danke und dann diese bescheuerten Idioten jeden Tag die Hofräte die zickigen Hofdamen die ganze Spießerbande Pfui Teufel sie seufzte Nein wirklich nicht mit dieser Szene möchte ich nichts zu tun haben ich gibt sie gab dem König einen kleinen Kuss ins Ohr dann schon lieber einen richtigen Musikanten so wie du noch ein bisschen später sagte sie leise du musst jetzt ganz schnell in dein Zimmer gehen bevor mein Vater zum Wecken auftaucht bis nachher bis nachher liebste flüsterte der König und ging auf Zehenspitzen in sein Zimmer er setzte sich an den Tisch und verkrub den Kopf in den Händen früher oder später wird sie alles erfahren dachte er verzweifelt der König starrte in den nass grauen Nebel die Tränen stiegen ihm in die Augen er holte ein Blatt Papier und einen Umschlag hervor und begann zu schreiben als er nach langem zögern endlich den letzten Satz hingeschrieben hatte faltete er das Blatt zusammen klebte dann den Umschlag sorgfältig zu adressierte ihnen mit Fräulein Caroline Müller persönlich und legte ihn mitten auf den Tisch rasch packte er seine Sachen zusammen warf einen letzten Blick auf Charlie Parker und verließ die Mühle ohne dass ihn jemand hätte hören können am nächsten Vormittag klopfte ein Kurier des ersten Vorsitzenden an die Tür der Mühle der Kurier schnatterte im Schneeregen er hatte einen weiten Weg hinter sich er war hundemüde und stocksauer vier volle Tage hatte er gebraucht um die Adresse dieses dämlichen Musikers herauszufinden ungeduldig klopfte er noch einmal die Tür wurde geöffnet wohnt ja ein Musiker den man der Kurier war auf einen Blick in sein Notizbuch den man The King nennt nein der wohnt nicht mehr hier sagte die Müllers Tochter mit roten Augen dann sagen sie mir wo er jetzt wohnt verlangte der entnervte Kurier keine Ahnung sagte das Mädchen und schlug dem Kurier die Tür vor der Nase zu war todunglücklich seit Tagen lief er ziellos durch die Gegend er aß nichts mehr vor Kummer er konnte nachts nicht schlafen und aufs Musik machen hatte er schon gar keine Lust es war am ersten Wochenende im März der König beschloss den Samstagabend in jener Studentenkneipe zu verbringen in der er Karoline zum ersten Mal getroffen hatte vielleicht kommt sie dachte er sehnsüchtig er würde ihr alles gestehen dass er in Wirklichkeit ein König sei dass er nicht den Mut gehabt hatte sich zu seiner Vergangenheit zu bekennen er wollte sie um Verzeihung bitten wegen seiner feigen Flucht er wollte ihr den Vorschlag machen mit ihm ins Ausland zu gehen irgendwie würden sie sich durchschlagen zusammen der König versuchte sich zu erinnern wie er damals zu der Studentenkneipe gekommen war plötzlich hielt eine schwarz verhängte Kutsche neben ihm auf der Tür erkannte der König das Staatswappen der Kutscher sprang vom Bock und verstellte dem König den Weg sind sie der King fragte er ja antwortete der König im Namen des ersten Vorsitzenden sagte der Kutscher sehr amtlich steigen sie ein ja aber statterte der König kein aber steigen sie ein schnell sie bekommen alles auf der Fahrt erklärt der König stieg in die Kutsche drinnen saß der Kurier und sagte Gott sei Dank dass wir sie gefunden haben es wurde höchste Zeit heute Abend steigt im Thronsaal ein Galakonzert mit der Band unseres verehrten Vorsitzenden Dr. Schroth Sie sind der Star Gast es tat einen heftigen Ruck und die Kutsche raste los 30 Minuten vor Konzertbeginn ging der erste Vorsitzende fuchsteufelswild in der Garderobe auf und ab Sein Generalsekretär stand gleich neben der Tür Wo bleibt dieser King bröte der Schroth Ich habe Ihnen befohlen ihn herzubringen Also wo ist der Antwort Ich habe Kuriere ausgeschickt Malida Schon vor einer Woche sagte der Generalsekretär tonlos Sie Trottel schrie der erste Vorsitzende Sie erbärmlicher Versager Dann ging er schnell auf den Generalsekretär zu und hob drohend den Zeigefinger Draußen warten die Leute Es ist voll sagte er leise durch die Zähne Wir haben das Fernsehen hier Live Übertragung Der Hörfunk ist ebenfalls angeschlossen Übergangslos schaltete er auf höchste Lautstärke Wissen Sie was das bedeutet Dann wieder gefährlich leise Wenn dieser King nicht bei Konzertbeginn auf der Bühne steht jetzt höllisch laut Dann können Sie Ihren debilen Kopf und Arm nach Hause tragen Abtreten Der Generalsekretär entwich Dr. Schroth wanderte in höchster Erregung auf und ab Jakob bohrte in der Nase und überlegte was das Wort debil wohl bedeuten könnte Harvey Heavy Trank trank sein fünftes Bier aus stieß genüsslich auf und sagte mit Grabestimme Ups Salat 5 vor 8 Dr. Schroth blickte auf die Uhr Plötzlich wurde die Tür aufgerissen Der schweiß überströmte Generalsekretär stürzte herein und rief atemlos Sie haben ihn In 5 Minuten ist er hier Als der König im Schlepptau des Kuriers durch die allzu vertrauten Gänge des Schlosses Richtung Thronsaal hastete schossen ihm tausend wirre Gedanken durch den Kopf Karoline dachte er immer wieder Karoline inständig hoffte er niemand würde ihn erkennen dann wäre alles aus er würde Karoline nie mehr wiedersehen hoffentlich blieb noch Zeit dem Henker und Prinz Jakob ein Zeichen zu geben oder ihnen alles zu erklären was Dr. Schroth anging so konnte er nur hoffen dass ein Wunder geschehen würde vielleicht hatte er Glück und der Hofrat nein der erste Vorsitzende war mit seinen machthungrigen Gedanken woanders vor der Garderobe traf der König mit Dr. Schroth dem Henker und dem Prinzen zusammen Dr. Schroth blickte ihn an na endlich sagte er es wurde auch Zeit los wir müssen auf die Bühne was spielen wir überhaupt als erstes fragte Jakob Satisfaction antwortete Dr. Schroth das kann jeder ein gewaltiger Jubel brach im Thronsaal aus als das Hardrock Trio und der Stargast die hell erleuchtete Bühne betraten die Fernsehkameras waren auf den King gerichtet Caroline dachte der König und hatte einen Kloß im Hals es gab kein Zurück mehr der König war dem Schicksal ausgeliefert was auch immer kommen mochte hoffentlich hoffentlich erkannte ihn niemand hoffentlich von den Scheinwerfern fast geblendet trat der König ans Mikrofon wie im Traum hörte er wie der Henker hinter ihm laut die Eröffnungsnummer anzählte 1 2 1 2 3 4 I can't get no sang der König und dachte an Caroline ob sie vielleicht jetzt gerade vor dem Fernseher saß was sie wohl gedacht haben mochte als sie seinen Brief fand er hatte sie um Verzeihung gebeten mit Worten die ihr rätselhaft erscheinen mussten ob sie vielleicht ahnte es war es war passiert zu spät der König hatte die kleine Pause zwischen I can't get no und satisfaction um eine entscheidende Sekunde überzogen oh Himmel nein das war das einzige was er noch denken konnte die Musik schleuderte ein paar Takte lang haltlos durcheinander dann war stille deutlich hörte man das Sorren der Fernsehkameras Dr. Schrot starrte den König an wie ein Gespenst es lebe der König schrie in diesem Moment der Henker ohne auch nur eine Sekunde lang über die politische Tragweite dieser Parole nachzudenken Tumult brach aus Chaos Panik Jubel der ganze Thronsaal schrie wild euch einander die schwitzenden Kameraleute witterten die Chance ihres Lebens montierten auf den König Harvey Heavy Metal Block sprang hinter seinem Schlagzeug hervor umarmte den König und zog ihn zum Mikrofon es lebe der König brötete Henker noch einmal mit gurgender Stimme er kennt die unseren König Leute das ist unser König er lebe hoch er lebe hoch er lebe hoch rührte die Menge tausendfach zurück dem König verschwindelig er konnte kaum etwas erkennen im gleißenden Scheinwerferlicht irgendwie registrierte er wie er von begeisterten und jubelnden Leuten hochgehoben und auf die Schultern genommen wurde alles schrie immer wieder es lebe der König Pater Michael erschien auf der Bühne und winkte dem König zu hinter ihm Nippolauch und Marie Johanna der König kam wieder auf die Beine weiß der Teufel warum und im selben Augenblick hörte er wie der Pater die kernigen Einleitungsakkorde zu Feeling Alright in die Tasten droscht Die Rhythmusgruppe fiel ein und ab ging die Post Feeling Alright sang der verwirrte König mit Tränen in den Augen I'm just feeling so good myself grönte der Saal zurück und plötzlich wusste der König was er zu tun hatte die Band spielte wie besessen keiner vermisste die Gitarre von Dr. Schroth dem es gelungen war im allgemeinen Tumult zu entkommen Es wurde eine hinreißende Session eine jener Sternstunden von denen wir alle unser Leben lang träumen Das Fernsehen überzog die Live Übertragung um satte 4 Stunden ließ die Tagesthemen die Ami Krimis und das Sportstudio hemmungslos ausfallen Das Wort am Sonntag sowieso die hingerissene Nation am Bildschirm erlebte den König in absoluter Bestform Live Nach der fünften Zugabe die Zuhörer im Saal tobten immer noch wie die Verrückten gelang es den Musikern endlich von der Bühne zu kommen Ein überallfriger Fernsehreporter drängelte sich energisch durch die Menge die den König umlagerte hielt ihm ein Mikrofon vor das Gesicht und rief heiser durch den Lärm Möchten Majestät vielleicht ein Wort zu unseren Zuschauern sagen Allerdings antwortete der König und wischte sich den Schweiß von der Stirn ich möchte gerne etwas sagen Am nächsten Mittag erwachte der König mit bleierndem Schädel Wo war er? Er versuchte sich aufzurichten das Dröhnen im Kopf nahm verheerende Ausmaße an der König legte sich aufs Bett zurück Aua jetzt blickte er langsam wieder durch er befand sich im Schloss in seinem königlichen Schlaf gemacht Der Wahnsinns Brummschede stammte von der gewaltigen Feier letzten Nacht Bis in den frühen Morgen hatten sie gesoffen und geredet Um 8 Uhr hatte der König zutiefst berauscht den Thronsaal verlassen müssen In In seiner trüben Erinnerung seien noch die geröteten Gesichter von Harvey Heavy Metal Block und von Pater Michael die hinter ihm hergröten er solle da bleiben schließlich sei er lange genug weg gewesen Pater Michael hatte ihm kurz zuvor bewegt die Hand gedrückt und mit sengender Alkoholfahne ausgerufen Es war die beste Idee die du jemals in deinem Leben gehabt hast ich bin stolz auf dich Es klopfte leise an die Tür Behutsam brachte Frau Alice Block ein großes Tablett mit Kaffee Rühreiern Schinken Brötchen Pflaummus und Honig einem großen Glas Milch einer Kan Orangensaft und einer Flasche Mineralwasser an das Bett des Königs Guten Morgen sagte sie freundlich Guten Morgen Frau Block sagte der König Sie werden sich wundern wie viele Glückwunsch Telegramme schon angekommen sind sagte Frau Block aber erst mal guten Appetit Danke sagte der König Dabei fiel ihm zum ersten Mal auf dass er ja gar kein König mehr war denn schließlich hatte er gestern nach dem Konzert vor dem versammelten Fernsehkameras die Republik ausgerufen Er beschloss gleich nach dem Frühstück einen Brief an Caroline zu schreiben Sie hat recht dachte er Musiker ist tausendmal besser als König Das ist